Guten Abend, meine Damen und Herren, ich möchte Sie heute wieder recht herzlich begrüßen zu unserem schon bewährten AGN-Schurrfix am Dienstag. Quasi ein Fixpunkt in unserer notärztlichen Tätigkeit. Heute haben wir ein ganz besonderes Thema, quasi ofenfrisch. Die neuen Guidelines oder Änderungen, ERC-Guidelines, was die Reanimations betrifft. Wir haben hochkarätige Vortragende, quasi ein Generationstreffen. Urgesteine werden sprechen, altbewährte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ganz Junge werden die Kernthemen beleuchten, die Änderungen uns darbringen. Also ich bin schon gespannt, was gibt es quasi Neues. Der erste Redner ist der Joachim Schlieber, eines der Urgesteine, Notfallmedizin, sei es am Boden und in der Luft. Der wird uns die Neuerungen im Bereich des BLS, des ALS und der Ausbildung darbieten. Dann der Dr. Michael Eichinger. Er wird uns die Änderungen oder die Besonderheiten unter besonderen Umständen darbringen, was Reanimations-Guidelines betrifft. Und last but not least auch der Kindernotfall. Die Reanimationsrichtlinien des Neugeborenen und des Kindes werden uns in bewährter Weise dargeboten von Privatdozent Miriam Boczywalnik von der Kinderklinik und von Privatdozent Bernhard Sparberger. Ich wünsche Ihnen allen viel Spaß, gute Unterhaltung und auch viel Wissenswertes, das Sie hier aus diesem Vortrag ziehen können. Ich bitte alle, den YouTube-Chat zu benutzen. Das kann man dann leichter beantworten, die Fragen beantworten, dass nicht zu viele Kanäle parallel laufen. Also bitte den YouTube-Chat verwenden. Die Vorträge wurden leider wieder mal aufgezeichnet, aber die Vortragenden sind live zugeschaltet. Das heißt, Sie können auf Ihre Fragen über den YouTube-Chat auch gut antworten. Ich wünsche also einen interessanten Abend und wünsche Ihnen viel Spaß. Ja, schönen guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen. Recht herzlichen Dank für die Einladung zum heutigen SureFix. Es ist mir eine Freude, Ihnen, euch über die neuen Leitlinien 2021 von European Resuscitation Council berichten zu dürfen. Für die, die mich nicht kennen, meinen Namen ist Joachim Schlieber. Ich bin Facharzt für Anästhesiologie und Intensivmedizin am Unfallkrankenhaus in Salzburg. Die Interessenskonflikte zu diesem Vortrag sind, dass ich Mitglied in mehreren Committees von European Resuscitation Council bin und auch an diesen Guidelines 2021 im Kapitel System Safe Lives mitgeschrieben habe. Und auch im österreichischen Rat für Wiederbelebung habe ich meine Finger mit drin, wo sich also intellektuelle Konflikte ergeben könnten. Finanzielle Konflikte habe ich keine zu deklarieren. Die Informationen, die ich Ihnen heute hier darbringen möchte, stützen sich im Wesentlichen auf die in Resuscitation publizierten Guidelines 2021. Teile des Vortrages basieren aber auch auf Vorträgen von Kollegen, die an den entsprechenden Kapiteln als Leitautoren mitgewirkt haben und die diese während des ERC-Kongresses Ende März präsentiert haben. Ich möchte mich heute im Wesentlichen mit drei großen Themenbereichen beschäftigen. Das eine ist der Basic Life Support, wo wir auf die, wie es ERC formuliert hat, fünf Kernaussagen eingehen werden. Als weiteres Kapitel habe ich mir den Advanced Life Support mit seinen Kernaussagen vorgenommen und einen gewissen Schwerpunkt möchte ich zum Ende meines Vortrages auf die fünf Kernaussagen zum Thema Lehre in der Reanimation legen. Kommen wir also zu den ersten fünf Kernaussagen im Bereich des Basic Life Supports. Und da stellt sich immer klarer heraus beziehungsweise wird deutlich, dass in der Überlebenskette das wichtigste Glied der Laienhelfer derjenige Mensch ist, der vor Ort ist und der diese ganze Überlebenskette in Gang setzt. Denn auf ihn kommt es an, wenn er die Wiederbelebungsmaßnahmen nicht unmittelbar startet, sind die ganzen nachfolgenden Bemühungen deutlich schwerer zu erreichen, wenn nicht gar unmöglich. Deswegen kommt es darauf an, dass im Basic Life Support als allererstes der Kreislaufstillstand als solcher auch erkannt wird. Und zwar gilt da die Kernaussage, dass man einen Kreislaufstillstand annehmen soll und mit Wiederbelebungsmaßnahmen beginnen, wenn der Patient nicht erwartbar reagiert, wenn er auf Schmerz zum Beispiel nicht adäquate Bewegungen zeigt, wenn der Patient keine oder eine abnormale Atmung hat. Da gibt es aber dann auch gleich schon die ersten Haken. Es gibt zumindest zwei Ursachen, warum die Erkennung manchen schwerfällt. Das ist zum einen die sogenannte agonale Atmung, eine langsame, angestrengte abnormale Atmung, die aber nicht als final, als nicht ausreichend erkannt wird. Und das sind Spontanbewegungen, die von manchen Helfern als Krampfanfälle gedeutet werden und entsprechend dann auch interpretiert werden. Auf den Ersthelfer kommt es auch darauf an, den Notruf abzusetzen und damit die Notfallrettung zu aktivieren. Da wiederum geht es um eine unverzügliche Alarmierung des Rettungsdienstes, was, wenn mehrere Helfer vor Ort sind, keine Schwierigkeit darstellen sollte. Hingegen, wenn es nur einen Helfer vor Ort gibt, da gewisse Probleme auftreten können. Wenn dieser eine Helfer ein Mobiltelefon hat und besitzt, dann gilt die Empfehlung, dass er nach Möglichkeit die Freisprecheinrichtung nutzt. Und wenn er den Notruf absetzt, anschließend unter Assistenz des Leitstellendisponenten auch die Wiederbelebungsmaßnahmen durchführt. Eine klare Empfehlung gibt es jetzt auch, wenn der Betreffende kein Telefon hat. Da sagen die neuen Leitlinien, dass der Patient verlassen wird, um den Rettungsdienst zu alarmieren. Und erst nach der Wiederkehr mit den Reanimationsmaßnahmen, mit den Wiederbelebungsmaßnahmen begonnen wird. Daraus ergibt sich aber, dass eine Leitstelle oder im Englischen ein Dispatch Center neue Aufgaben bekommt. Und zwar, dass die Leitstelle der Leitstellendisponent den Anrufer dabei unterstützt, einen eventuellen Kreislaufstillstand zu erkennen. Ihn dazu anhält, dass er die frühe Wiederbelebung startet. Und dass er ihn nach Möglichkeit dabei unterstützt, auch eine frühe Defibrillation durchführen zu können, indem er die Position von Halbautomaten, von AEDs zum Beispiel angeben kann. Gehen wir ein wenig weiter in die Details der Wiederbelebung selbst. Der Schwerpunkt, nicht nur im Basic Life Support, sondern durch die gesamten Leitlinien, liegt auf sogenannten hochwertigen Thorax-Kompressionen. Und da ist die derzeitige Feststellung zum Druckpunkt, dass dieser die untere Hälfte des Brustbeines ist. Im englischen Original heißt es Center of the Chest. Bei der Drucktiefe sind wir bei mindestens 5 cm, aber nicht tiefer als 6 cm. Die Druckfrequenz beträgt weiterhin 100 bis 120 Thorax-Kompressionen pro Minute. Wobei explizit nochmals darauf hingewiesen wird, dass es möglichst keine Unterbrechungen zwischen den Thorax-Kompressionen geben soll. Auch ist für die Qualität darauf zu achten, dass der Brustkorb nach jeder Thorax-Kompression vollständig entlastet wird und dass es zu keinem Auflehnen des Ersthelfers auf den Patienten kommt. Wenn möglich, sollen die Wiederbelebungsmaßnahmen auf einem harten Untergrund durchgeführt werden. Was aber nicht als Muss gesehen wird. Ein einzelner Helfer kann oft schwer einen Patienten bewegen, um ihn auf harten Untergrund zu bringen. Man soll also nicht durch diese Maßnahmen die Einleitung der Wiederbelebungsmaßnahmen nach hinten hinaus zögern. Zum Thema Atemspende für Ersthelfer im Basic-Life-Support sei gesagt, dass sie diese nur durchführen sollen, wenn sie a. befähigt dazu sind und b. wenn sie gewillt sind, diese auch durchzuführen. Wenn es sozusagen die Ausbildung, die Befähigung dafür gibt, die Atemspenden durchzuführen, dann führt man diese im Wechsel zwischen den Maßnahmen 30 Thorax-Kompressionen und zwei Atemspenden jeweils durch. Wenn sich der Elsthelfer zur Atemspende nicht in der Lage sieht, dann ist er angehalten, einfach ununterbrochene Thorax-Kompressionen zur Anwendung zu erbringen. Zur automatisierten externen Defibrillation wird weiter festgehalten, dass jede Minute Verzögerung eine Absenkung der Überlebenswahrscheinlichkeit um 10% mit sich bringt. Und es sei ganz allgemein festgestellt, dass die automatisierte externe Defibrillation sehr sicher in ihrer Anwendung ist, sicher für den Patienten oder die Patientin im Kreislaufstillstand, sicher aber auch für Patienten und Patientinnen, die einen aufrechten Kreislauf haben, die der halbautomatische Defibrillator dann auch erkennt und dementsprechend keinen Schock empfiehlt und anderwertig zum Handeln auffordert und auch sicher für den Anwender und die Anwenderin, dass diese nicht zu Schaden kommt, wenn sie so ein Gerät zum Einsatz bringt. Wenn es darum geht, eine automatisierte externe Defibrillation durchzuführen, dann schalten Sie den AED einfach ohne Verzögerung ein und folgen Sie den Anweisungen. Wenn mehrere Helfer anwesend sind, setzen Sie die Wiederbelebungsmaßnahmen fort, bis der AED einsatzbereit ist. Das heißt, ein zweiter Helfer, eine zweite Helferin klebt entsprechend die Elektroden und sorgt dafür, dass das Gerät seine Arbeit aufnimmt. Darüber hinaus sollten Sie sicherstellen, dass niemand den Patienten berührt, wenn eine Rhythmusanalyse. Durchgeführt wird, beziehungsweise während der Schockabgabe. Wenn der Schock abgegeben ist, nehmen Sie die Wiederbelebungsmaßnahmen sofort wieder auf. Sie werden dazu auch vom AED aufgefordert. Darüber hinaus eine Frage, die vielleicht in der Zukunft noch mehr an Bedeutung gewinnen könnte. Welche Rolle spielen neue Technologien im Basic-Life-Support? Können neue Technologien dazu beitragen, Leben zu retten? Wie sieht es mit Smartphones ganz generell aus? Was können die eventuell noch messen? Was können die dazu beitragen, dass sich der Ersthelfer leichter tut? Ist vielleicht Videokommunikation mit dem Smartphone und mit der Leitstelle eine Möglichkeit, um noch bessere Unterstützung vor Ort leisten zu können? Auch stellt sich die Frage, inwieweit artifizielle Intelligenz zusätzlichen Benefit bringen kann, wenn sie zum Einsatz kommt. Und ein durchaus heiß diskutiertes Thema sind Flugdrohnen, die unter Umständen, und hier sei noch einmal der AED erwähnt, einen solchen herbeibringen können, was immerhin den Weg sparen würde, den von irgendwo zu holen. In dem Bereich des Basic-Life-Supports fällt aber auch noch die Fremdkörperverlegung von einem Atemweg. Und auch da hat sich im Wesentlichen nichts geändert. Es geht darum, dass der Betroffene, falls er noch kontaktfähig ist, zum Husten aufgefordert wird, dass man abwechselnd bis zu fünf Schläge auf den Rücken, sogenannte Backblows, durchführt, beziehungsweise im nächsten Schritt fünfmal den Oberpauch des Patienten, indem man den Patienten von hinten überfasst, sehr rasch komprimiert. Und diese Manöver sollen abwechselnd jeweils fünfmal durchgeführt werden, bis sich der Fremdkörper löst. Wenn die Bewusstlosigkeit bei den Patienten eintritt, gilt es wiederum sofort, mit Wiederbeleibungsmaßnahmen, mit kardiopulmonaler Reanimation zu beginnen. Das heißt, der Basic-Life-Support-Algorithmus hat sich gegenüber dem letzten Mal eigentlich nicht wirklich verändert. Ein Patient, der keine Reaktion und keine normale Atmung zeigt, führt dazu, dass der Notruf veranlasst wird, die Rettungskette in Gang gesetzt wird. Dann folgen Thorax-Kompressionen, wenn man sich zum Beatmen imstande fühlt, im Wechsel mit zwei Beatmungen, ansonsten nur ununterbrochene Thorax-Kompressionen. Und dass man, sobald ein AED eingetroffen ist, diesen entsprechend zur Anwendung bringt und einfach seinen Anweisungen folgt. Damit sei zusammengefasst, die fünf Kernaussagen im Basic-Life-Support sind, es gilt, ein Schwerpunkt zu überprüfen, ob der Kreislaufstillstand eben vorliegt. Es geht um die Alarmierung des Rettungsdienstes. Es geht um einen raschen Beginn der Thorax-Kompressionen, die hochqualitativ durchgeführt werden sollen. Es geht um den Einsatz des AEDs, der möglichst rasch zum Einsatz gebracht werden soll. Und es gibt diesmal auch die Empfehlung, dass man versuchen sollte, die Ausbildung in Basic-Life-Support in die Fläche zu bringen, dass nach Möglichkeit möglichst viele Leute in Basic-Life-Support ausgebildet werden. Kommen wir in einem zweiten Schritt nun zum Advanced-Life-Support und den Themen, die sich da um die fünf Kernaussagen herum bewegen. Da geht es zum einen um die Prävention des Kreislaufstillstandes. Patienten mit einem innerklinischen wie präklinischen Kreislaufstillstand zeigen sehr oft Warnsymptome. Diese Warnsymptome müssen erkannt werden und dann auch entsprechend als Risiko gewertet werden, dass es zu einem Kreislaufstillstand kommen könnte. Das ist im außerklinischen Notfall, wenn es zu Synkopen kommt, Patienten oder Personen, die kollabieren, insbesondere per Anstrengung im Sitzen, in Rückenlage oder Personen, die über Herzklopfen klagen, die plötzlich und aus unerklärlichen Gründen Schwinkel und Atemnot haben. Das sind alles Leute, denen man Aufmerksamkeit schenken sollte, wo eventuell, wenn die Situation zusammenpasst, es zu einem Kreislaufstillstand kommen kann. Wenn wir unseren Blick innerklinisch ein wenig schweifen lassen, dann gilt ganz klar die Empfehlung, dass wir Frühwarnsysteme zum Einsatz bringen sollten, Frühwarnsysteme, mit denen das Erkennen der Risken eines Patienten innerhalb eines klinischen Settings möglich ist, auch wieder, um eventuell den Kreislaufstillstand zu verhindern und entsprechende Therapien bereits vorab einzuleiten. Wenn wir jetzt einen schnellen Blick auf den Algorithmus von Advanced Life Support legen, dann kommen wir drauf, im Wesentlichen ist es auch hier alter Wein in neuen Schläuchen. Ein neues Design, aber jetzt auf den ersten Blick keine wirklich großartigen Änderungen, die Sie da entdecken werden. Auch hier gilt, wenn wir die Wiederbelebungsmaßnahmen starten, dass hochwertige Thoraxkompressionen und die frühe Defibrillation als essentiell betrachtet wird. Das heißt, auch hier werden hochwertige Thoraxkompressionen mit Miniballenunterbrechungen durchgeführt. Es wird so früh wie nur möglich, wenn es denn angebracht ist, defibrilliert. Und wenn Sie mit einem manuellen Defibrillator arbeiten, was in der klinischen Umgebung ja nach wie vor der Standard ist, dann sollte die Unterbrechung der Thoraxkompressionen für die Abgabe der Defibrillation längstens fünf Sekunden dauern. Was kommt sonst noch dazu? Neben den qualitativ hochwertigen Thoraxkompressionen ist selbstverständlich die Sauerstoffgabe, die Kapnographie, die kontinuierlichen Thoraxkompressionen, wenn der Atemweg gesichert ist und, und, und. Und alles Maßnahmen, die wir ja noch von den Guidelines 2015 kennen, durchzuführen. Wie sieht es aus, wenn wir da ein klein wenig in das Thema Atemweg und Beatmung hineinschauen? Und da ist die Aussage in den neuen Guidelines, beginnen Sie während so einer Wiederbelebung mit dem Basismanagement der Atemwege und intensivieren Sie diese Maßnahmen je nach Erfahrung schrittweise, bis eine effektive Beatmung erreicht ist. Das heißt, man sagt ganz klar, dass im Zweifelsfall eine Beutelmaske-Beatmung, wenn sie denn suffizient ist und gut funktioniert, ausreichend ist. Man sagt aber gleichzeitig, wenn die Erfahrung da ist, ich also in der Anwendung trainiert bin, kann ich natürlich auch den Weg beschreiten, dass ich das eskaliere und eventuell einen supraglottischen Atemweg zum Einsatz bringe oder ich mich auf die Experten-Ebene bewege und sage, ich möchte doch dem in unserem breiten Goldstandard der Intubation folgen. Da hingegen muss gesagt werden, dass die Guidelines oder die entsprechenden, ich sage einmal, Proponenten in Europa dazu sagen, die Intubation sollte nur von denjenigen durchgeführt werden, die eine Aussicht haben, bei zwei Intubationsversuchen eine Erfolgsquote von 95 Prozent zu erreichen. Und wenn mehrere da sind, die sich matchen, wer besser ist im Intubieren, dann sollte im Zweifelsfall immer der bessere oder vermeintlich bessere oder erfahrenere die Intubation durchführen. Des Weiteren ist festgestellt beim Thema Atemweg und Beatmung, dass im Rahmen der Reanimation die höchstmögliche Konzentration an inspiratorischem Sauerstoff abgegeben werden sollte. Das alte Thema Adrenalin ist nach wie vor der einzige Vasopressor, der in der Reanimation wirklich in den Guidelines steht und empfohlen wird. Und auch da kann ich sie beruhigen, hat sich nicht viel geändert. Das heißt, ein Erwachsener im Kreislaufstillstand mit einem nicht defibrillierbaren Rhythmus bekommt so bald wie möglich ein Milligramm IV oder Intraosea. Sollte es ein Patient sein, der einen defibrillierbaren Rhythmus aufweist, dann gilt auch wieder nach dem dritten Schock die Gabe von 1 Milligramm Adrenalin IV. Und woran sich auch nichts geändert hat, ist die repetitive Gabe von Adrenalin und da sind wir wieder bei den drei bis fünf Minuten und zwar solange die Maßnahmen der Wiederbelebung durchgeführt werden. Zum Thema Reversible Ursachen erkennen und behandeln. Die Vier H's und die Hits, da ist nichts Neues dazugekommen. Etwas gezielter vielleicht die Betrachtungen, wie man einzelne dieser Situationen erkennen kann und wie man dann entsprechend weiter an die Sache herangeht. Da ist zum einen einmal die Sonografie während erweiterter Reanimationsmaßnahmen. Diese sollte nur von qualifizierten Untersuchern während des Kreislaufstillstandes durchgeführt werden. Und zwar mit dem Hintergrund, dass es zu keinen längeren Unterbrechungen der Thorax-Kompressionen kommt, die, wie wir ja bereits mehrfach gehört haben, sozusagen im Fokus stehen mit der Aussage Durchführung von hochqualitativen Thorax-Kompressionen. Die Point of Care Ultraschall kann uns weiterhelfen beim Auffinden der reversiblen Ursachen wie Herzbeuteltamponade oder des Pneumothorax. Und vielleicht ein weiterer, doch schon sehr spezifischer Punkt ist die alleinige rechtsventrikuläre Dilatation während eines Kreislaufstillstandes im Ultraschall ist nicht ausreichend als Hinweis auf eine massive Pulmonalarterie, um das so einmal festzulegen. Dann gibt es noch eine Reihe von Eventualitäten, die dann doch schon sehr invasiv sind, die im Rahmen von einem Advanced Cardiac Life Support durchgeführt werden sollen. Da geht es um Corona-Angiografie, da geht es um mechanische Reanimation für Patiententransporte oder um die extrakorporale kardipulmonale Reanimation. Und dieser extrakorporalen, kardipulmonalen Reanimation möchte ich jetzt ein wenig Aufmerksamkeit schenken. Und zwar sagen da die Leitlinien, man kann extrakorporale Reanimation erwägen. Aber es muss einem ganz klar sein, das ist eine Rettungsbehandlung für ausgewählte Patienten, die dann zum Einsatz kommt, wenn herkömmliche Advanced Life Support Maßnahmen fehlschlagen. Wenn dazu die Notwendigkeit besteht, dass spezifische Interventionen, wie zum Beispiel die Koronar-Angiografie und Bercutane-Coronar-Intervention durchgeführt werden kann unter Reanimation. Da geht es vielleicht darum, dass pulmonale Ektomien bei massiver Lungenembolie durchgeführt werden können. Da geht es zum Beispiel um die Wiedererwärmung nach Hyperthermen-Kreislaufstillständen. Und die wichtigste Aussage dazu meiner Meinung nach ist, dass die Rahmenbedingungen es auch erlauben und erfüllt sind. Das heißt, die Klinik, das System, das das durchführt, muss darin trainiert sein und muss es routinemäßig zur Anwendung bringen. Wir im UKH Salzburg besitzen ein derart nettes Gerät, aber es verstaubt seit Jahren. Und es wäre eine schlechte Idee, wenn wir heute oder morgen uns entschließen würden, die nächste Reanimation entsprechend als E-CPR durchführen zu wollen. Was kommt nach der Wiederkehr des Spontankreislaufs? Auch da keine neuen Erkenntnisse. Wir machen das, was wir immer gemacht haben. Und bei der Temperaturkontrolle gilt im Wesentlichen, dass wir versuchen, die Körpertemperatur des Patienten im normothermen Bereich zu halten. Dass wir vor allem verhindern, dass es zu Temperaturanstiegen und zu Fieber kommt. Im Rahmen der Postreanimationsbehandlung kann es natürlich zu verschiedenen Rhythmusstörungen kommen. Und wenn wir uns da zuerst einmal auf die Tachykardien stürzen, dann ist zu diesen festzustellen, dass die elektrische Kardioversion bei instabilen Patienten immer die bevorzugte Therapieoption ist. Und man auf jeden Fall auch daran denken muss, dass wache Patienten für die Kardioversion anesthesiert beziehungsweise sediert werden müssen. Ein wenig aus Zeitgründen und weil sich auch nicht allzu viel geändert hat, hier nur einmal schematisch noch einmal der Ablauf der Tachykardien und ihre Unterteilung. Im Detail bitte ich das einfach in den Publikationen oder später auch nachzulesen. Es gibt in den Medikamentenempfehlungen und in den Vorgangsweisen hier nicht wirkliche Neuerungen, die jetzt im Detail ausgeführt werden müssten. Die zweite Rhythmusstörung, die eventuell noch zu betrachten ist, ist der pradikale Zustand des Patienten. Wie behandelt man Pradikadien? Auch da gibt es keine großartige neue Empfehlung. Weiterhin in den Leitlinien vorhanden das Atropin, wo empfohlen wird, mit einer Erstgabe von 500 Mikrogramm Atropin zu starten. Und diese benötigt alle drei bis fünf Minuten zu wiederholen, bis eine Gesamtdosis von drei Milligramm erreicht ist. Als Medikamente der zweiten Wahl sind hier angeführt Isoprenalin bzw. das Adrenalin. Und auch bei den Pradikadien ist die elektrische Therapie dieser Rhythmusstörung möglich. Und auch hier wieder die Empfehlung, diese dann bevorzugt einzusetzen, wenn die Patienten entsprechende Symptome aufweisen. Hier noch einmal ganz kurz dargestellt das Pradikadie-Schema, wie Sie es in den schriftlichen Publikationen finden werden, mit, wie gesagt, keinen großartigen Neuerungen. Und auch der Ablauf der innerklinischen Reanimation in diesem Sinne hat sich, weil wir ja bisher keine großartigen Änderungen im Basic-Life-Support und auch im Advanced-Life-Support gesehen haben, großartig geändert. So dass auch da wieder nur leichte Anpassungen im innerklinischen Betrieb notwendig sein werden. Damit können wir auch den Advanced-Life-Support in seinen fünf Kernaussagen zusammenfassen. Da kommt es wirklich darauf an, dass hochqualitative, hochwertige Thorax-Kompressionen Priorität genießen. Dass es sowohl vor innerklinischen wie präklinischen Kreislaufstillständen Frühsymptome gibt, die auf einen Kreislaufstillstand hinweisen können und wenn die erkannt werden, diesen eventuell vermeiden. Dass zum Thema Atemweg man durchaus eine eskalierende Strategie verfolgen soll von Basismaßnahme bis hin zu endotrachialer Intubation. Dass bei nicht schockbaren Rhythmen frühzeitig Adrenalin gegeben werden soll und dass man eben, wenn die konventionelle Wiederbelebung erfolglos bleibt, bei ausgewählten Patienten, sofern es möglich ist, die extrakorporale CPR in Betracht ziehen soll. Damit kommen wir jetzt zu den fünf Kernaussagen in der Lehre oder Ausbildung. Worum geht es da? Und zwar, es ist ein Ziel von European Resuscitation Council, aber nicht nur von unserer Organisation, dass ein jeder und eine jede in Europa die Grundfertigkeiten lernen sollte, die ein Leben retten können. Und European Resuscitation Council bietet dafür durchaus maßgeschneidert CPR-Unterricht an. Kurse für jede Zielgruppe, für Laien, für Personen mit Hilfeleistungspflicht, organisierte Ersthelfer, für medizinisches Fachpersonal. Und, was Ihnen sicherlich ein Begriff sein wird, seit einiger Zeit auch vermehrt für Kinder und da, für Kinder vom Vorschulalter bis hin zum jungen Erwachsenen. Und wie stellt sich European Resuscitation Council, beziehungsweise, was sind da so, oder was ist da der derzeitige Wissensstand in den edukativen Fächern? Also in, sei es drum, in den Edukationswissenschaften. Und zwar wird dazu geraten, dass man Schulungen und nicht nur Reanimationsschulungen möglichst über einen längeren Zeitraum verteilt. Man ist über die letzten Jahre zur Erkenntnis gelangt, dass häufige kurze Wiederholungsschulungen viel erfolgreicher sind, um Kompetenzen aufrecht zu erhalten und ERC sich daher entschlossen hat zu sagen, dass mindestens eine Wiederholung im Jahr stattfinden sollte. Wie soll dieses Lehren und Lernen denn ausschauen? Da setzt man nun auch auf technologieunterstütztes Lernen, E-Learning. Die Pandemie hat es mit sich gebracht, dass Sie mich nur über Bildschirm hören können, sehen können, dass wir uns nicht von Angesicht zu Angesicht sehen. Aber was hat das auch für Vorteile? Ich kann mir die Aufzeichnung jederzeit wieder anschauen. Ich kann sie zwischendurch stoppen. Ich kann zurückspulen. Ich schaue es mir dann an, wenn ich Zeit habe, wenn ich es möchte. Es sind durchaus Vorteile, die man nicht missen möchte. Und wenn wir jetzt zur Reanimation noch einmal zurückkehren, die erforderlichen Reanimationsmaßnahmen, das ist eine Aussage, sind leicht zu erlernen und leicht zu vermitteln. Da geht es darum, dass in einem sogenannten Blended Learning Ansatz eben Zeit- und Ortsunabhängiges Lernen für alle Stufen und für alle CPR-Kurse ermöglicht wird. Das kann passieren durch den Einsatz von Smartphones, Tablets, Apps, über soziale Medien, wie auch immer. Und vor allem können diese Lernmethoden, das Lernen ohne einen Lehrer, ohne einen Instruktor auch möglich machen. Was braucht es noch dazu? Es sind nicht nur technische Fähigkeiten, die ich brauche, um eine Reanimation durchführen zu können, gut durchführen zu können. Es braucht durchaus auch Soft Skills, Human Factors, die unter anderem auf Kommunikation und Zusammenarbeit abzielen. Und man weiß inzwischen, dass das Erlernen von diesen nicht technischen Fertigkeiten die Hilfsbereitschaft erhöht. Nicht nur unter Fachpersonal, auch unter Laien. Es scheint die Einleitung der Überlebenskette zu verbessern. Und was, denke ich, gerade auch in Österreich durchaus wichtig ist, es gibt den Teilnehmerinnen und Teilnehmern von CPR-Kursen das Selbstvertrauen, eine Reanimation auch durchführen zu können. Wenn wir jetzt die Laienhelfer wieder angesprochen haben, des Unterrichts, in dem Fall des Unterrichts von Angesicht zu Angesicht, des Unterrichts, in dem Fall des Unterrichts von Angesicht zu Angesicht, dazu beitragen, dass die BLS-Qualität deutlich verbessert wird. Und, was man inzwischen auch weiß, gerade für die Verbreitung von Basic-Life-Support-Inhalten, muss der Lehrende für die Reanimationsmaßnahmen nicht aus dem Gesundheitswesen kommen. Es sind durchaus jede Frau, jeder Mann in der Lage, die Kompetenz zu erwerben, um BLS-Fertigkeiten auch unterrichten zu können. Wie sieht es mit medizinischem Fachpersonal aus? Medizinisches Fachpersonal sollte an Kursen zu erweiterten lebensrettenden Maßnahmen teilnehmen und seine Zertifikate aufrechterhalten. Es gilt ganz klar die Empfehlung, an akkreditierten Kursen teilzunehmen. Die erweiterten lebensrettenden Maßnahmen dort zu üben und auch regelmäßig zu wiederholen. Sich dort auch entsprechende Team- bzw. Führungsqualitäten anzueignen. Denn auch da gibt es inzwischen eine gewisse Evidenz, dass das alles zusammen das Patienten-Outcome verbessert. Wenn medizinisches Fachpersonal übt, dann sollte der Einsatz von Merkhilfen und die Anwendung von datengestützten Debriefing kein Tabu sein. Denn auch das, glaubt man inzwischen zu wissen oder zeigen zu können, verbessert das Outcome von Patienten nach einem Kreislaufstillstand. Ein weiteres Schlagwort im Zusammenhang mit Ausbildung von Fachpersonal sei die Simulation. Und da kommt es in Teilbereichen gar nicht so sehr darauf an, ob das als High-Fidelity- oder Low-Fidelity-Simulation durchgeführt. Viele Lernende tun sich einfach beim Lernen im Kontext wesentlich leichter. Und diese Simulationen wiederum beinhalten das Training von technischen und nicht-technischen Fertigkeiten und dienen auch dazu, den Umgang in kritischen Situationen mit den Human Factors zu verbessern. So, noch einmal spezifisches Team- und Führungstraining verbessert, dass Patienten auskamen. Ein Wort sei noch gesagt zu dem Schlagwort Faculty Development. Was verbirgt sich dahinter? Die Qualität von Instruktorinnen und Instruktoren hat einen großen Einfluss auf das Lernen. Das heißt, auch Instruktorinnen und Instruktoren wollen entsprechend ausgebildet sein und wollen an ihre Aufgabe herangeführt werden. Das heißt, nutzen Sie nach Möglichkeit strukturierte Grundausbildungen für Instruktorinnen und Instruktoren. Auch die sollen regelmäßig auffrischen, um eine hohe Unterrichtsqualität gewährleisten zu können. Und angemessene fachliche Kenntnisse sind natürlich entscheidend für Instruktorinnen und Instruktoren, aber auch das Wissen, wie man einen Unterricht, einen interaktiven Unterricht in kleinen Gruppen durchführt und wie man das entsprechend präsentiert. Damit seien auch die fünf Kernaussagen zusammengefasst. Und zwar, ERC bietet CPR-Unterricht an, um allen Bürgern die grundlegenden Fertigkeiten zu vermitteln, ein Leben retten zu können. Die erforderlichen Reanimationsmaßnahmen sind leicht zu erlernen und leicht zu vermitteln. Es geht uns durchaus auch um die Verbesserung des Basic-Life-Support-Unterrichtes. Medizinisches Fachpersonal sollte an Kursen zu erweiterten lebensrettenden Maßnahmen teilnehmen und seine Zertifikate aufrechterhalten. Und Faculty Development spielt eine große Rolle in diesem gesamten Prozess. Und damit möchte ich es in leichter Abwandlung mit einem österreichischen Kabarettisten halten. Wenn Ihnen die neuen Guidelines von European Resuscitation Council gefallen, dann empfehlen Sie uns bitte weiter. Wenn nicht, behalten Sie die neuen Guidelines für sich. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich schon sehr auf die Diskussion. Schönen guten Abend, mein Name ist Michael Leichinger und ich darf ein Update zu den ERC-Guidelines bei den speziellen Umständen machen. Der Kongress hat ja letzte Woche stattgefunden und damit darf ich das kurz erläutern, was es dort für Neuigkeiten gab. Und ich darf es auch gleich vorwegnehmen, es ist ja auch kein Geheimnis mehr. Es gab bei den speziellen Umständen bei diesem Kapitel große Veränderungen. Also nur mehr Changes. Natürlich ist das jetzt nicht ganz so überraschend. Es haben sich ein paar Kleinigkeiten verändert und gerade die speziellen Umstände sind dieses Mal sehr ausführlich teilweise geworden. Umfasst 80 Seiten das Kapitel. Dementsprechend sind schon ein paar Dinge vorgekommen, die wir uns anschauen werden zusammen. Aber es hat jetzt keine weltbewegenden Veränderungen dabei gegeben. Schauen wir uns ganz kurz an, woher kommen diese Guidelines diesmal, was ist das Level of Evidence? Und das kann man in der Executive Summary nachlesen, aber prinzipiell ist es so, dass die Guideline aufgrund von Expertenkonsens gebildet wurde, nach Diskussion innerhalb der Schreibgruppe. Und wenn es eine Evidenz dazu gab, im Sinne von systematischen oder Scoping Reviews oder auch Originalliteratur, dann wurde das jeweils erwähnt. Aber der Großteil bezieht sich wirklich auf Expertenkonsens und Diskussion. Gut. Diesmal hat das RC auch diese fünf Top-Nachrichten eingeführt bei den jeweiligen Kapiteln und in dem Fall eben auch noch diese fünf Top-Messages, die immer da durchgehen. Ist im Prinzip nicht Neues, nur nochmal eine Biografisierung oder eine Kurzzusammenfassung. der wesentlichsten Dinge. Das erste Mal das Evaluieren und das Checken. Also da sollte man einfach den ABCDE-Approach anwenden und natürlich immer auf die Teamsicherheit achten. Dann geht es um das Behandeln selbst. Da ist prinzipiell das Credo, dass man den ILS-Algorithmus wie vorgegeben einfach folgen soll. Man sollte natürlich die No-Flow-Zeit reduzieren, die Oxygenierung optimieren und die Ressourcen, die man zur Verfügung hat, so gut es geht, nutzen. Das ist alles ja unlängst bekannt. Dann geht es schon ein bisschen mehr in Richtung spezielle Umstände, weil man priorisieren muss, da in dem Fall natürlich vor allem die reversiblen Ursachen und auf die einen Stellenwert zu legen. Das sind dann auch die 4 Hs und die 4 Ts eingeführt aus dem Englischen heraus. Aber ganz wichtig ist auch, dass man vor allem bei den speziellen Umständen, je nachdem wie das indiziert ist, auch modifiziert nach eigenem Ermessen und natürlich auch nach Vorgaben der Guideline. In dem Fall sollte man den ILS-Algorithmus soweit modifizieren, wie das eben entsprechend nötig wäre, vor allem bei bestimmten Ursachen, bestimmten Settings, also Umfelden, also speziellem Umfeld oder auch speziellen Patientengruppen. Darauf werden wir gleich eingehen. Und zum Schluss muss man natürlich auch immer berücksichtigen und überlegen, wohin kann ich den Patienten bringen. Und was in dieser Guideline prinzipiell stark untermauert wurde, ist auf jeden Fall die Rolle von eCPR, wo man vermehrt auf diese Option eingeht. Gut, ganz kurz eben, wie schon erwähnt, die erzählten Teil des im speziellen Umständenkapitel immer nach verschiedenen Thematiken und zunächst diese speziellen Ursachen, die haben sich im Wesentlichen nicht wirklich geändert. Es ist vielleicht das ein oder andere dazugekommen oder genauer definiert worden. Dann die speziellen Umstände, da ist deutlich mehr als beim letzten Update hinzugefügt worden. Also so Dinge wie ein Heims- oder Kreuzfahrtschiff, zum Beispiel Zahnarztpraxen, das ist schon noch einmal genauer untermauert worden. Auch in den Krankenstalten wurden die Orte von Hochrisikopatienten, wo mögliche Herz-Kreislauf-Stillstände beobachtet werden können, genauer definiert. Und da natürlich unverändert die spezielle Patientengruppe, wie wir sie schon aus dem vorherigen Update gekannt haben. Und zu den jeweiligen Punkten ist eben ein Update gegeben worden. Gut, schauen wir uns den Traumalgorithmus an, der bei der Erzsitzung über Problemen, Stillstandsursache gezählt wird. Und da hat sich auf den ersten Blick gar nicht viel getan. Wenn man genauer hinschaut, haben sich aber sehr wohl ein paar Dinge verändert, die ganz wesentlich sind und so deutlich wie noch nie erwähnt worden sind. Zunächst natürlich, wenn man wirklich einen hypovolementraumatischen Herz-Kreislauf-Stillstand hat und der auch so verifiziert ist, dann soll man sich um die reversiblen Ursachen kümmern, und zwar simultan. Es ist auch ganz wesentlich, dass das die Priorität hat und auch die Herz-Truck-Massage das nicht verzögern darf. Dementsprechend, wenn man in einem Setting ist, wo man nicht viel Mindpower hat, dann sollte man eben tatsächlich sich hauptsächlich auf die Ursachenbehebung stürzen und nicht die Herz-Truck-Massage, weil auch klar erwähnt worden ist, dass das eben sehr wahrscheinlich keinen Vorteil für den Patienten bringt, hingegen die Behebung der reversiblen Ursachen sehr wohl. Für die Behebung sind uns auch ein paar Dinge hinzugefügt worden, die wir verwenden können dafür, unter anderem zum Beispiel der Beckengurt wird diesmal erwähnt, vor allem aber auch Blutprodukte als wesentlicher Punkt, wie man die Hypovolemie vor allem bekämpfen soll. Dann ein kleines Detail, das sich diesmal auch sehr geändert hat, in dem Fall wird nicht mehr unterschieden zwischen stumpf und penetrierendem Mechanismus für die Indikation zum Beispiel von einer Dorkotomie oder auch von Reboa, sondern um den Verlust der Vitalparameter in der ersten Viertelstunde und wenn dann die Indikationen gegeben sind, dann soll man es durchführen oder kann man es durchführen, unabhängig vom Mechanismus. Das ist auch eine Änderung im Detail, wenn man so will. Letztendlich sollte man durch die Behebung an Leine oder auch die invasiveren Maßnahmen, eben wie Reboa oder Dorkotomie, eine ROSC erzielen. Wenn das nicht erfolgt ist, dann sollte man eben über die Terminierung der CPR nachdenken und wenn man im Krankenhaus ist oder einen ROSC erzielt, dann kann man sich überlegen, wie man natürlich den Patienten weiterversorgt im Sinne von Damage Control, Resuscitation oder Surgery und ansonsten eben der rasche Transport ins Krankenhaus anzustrehen. Also das sind so die wesentlichen Dinge, die sich beim Trauma getan haben. Also sehr deutliche Aussagen, die auch in den Schlüsselempfehlungen auch einmal zusammengefasst worden sind. Ganz klar, don't pump an empty heart. Das ist eine starke Aussage vom ERC das erste Mal in dieser Deutlichkeit. Dann natürlich die Behebung die reversiblen Ursachen, die sofort und simultan angestrebt werden sollen. Wenn es indiziert ist, dann sollte man eben über eine Rebohr oder eine Dorkotomie nachdenken und zwar sehr schnell. Die Blutungskontrolle steht natürlich bei der Hypovolemie im Vordergrund und die sollte mit Auffüllung durch Blutprodukte passieren. Und was nicht zu vergessen ist, ist natürlich, dass man Ultraschall für die Wiederbelebungsrichtung verwenden soll, sofern eben daraus auch keine Verzögerungen entstehen. Soviel also zum Trauma. Bei der Hyperkalimie als eine andere, eine spezielle Ursache für den Herz-Gas-Aufschulstand hat sich auch nicht Wesentliches getan. Das Einzige, was da deutlich hinzugekommen ist, ist die Entfernung von Kalium aus dem Körper. Und da wurden sowohl bei moderater als auch bei schwerer Hyperkalimie diesmal Präparate angeführt, mit denen man das forcieren sollte. Natürlich wird auch hier die Möglichkeit der ECPR gebracht, wenn es indiziert ist und prolongierte Maßnahmen nötig sind, auch wenn das Kalium anders nicht zu beheben wäre. Aber ansonsten muss man sagen, hat sich bei diesem Algorithmus nicht viel getan. Außer diese Stelle, die deutlich hier vorgehoben worden ist. Die speziellen Ursachen sind diesmal auch auf die Sepsis ein wenig eingegangen, als eine häufige Ursache, wie es im Krankenhaus zu einem Herzstillstand kommen kann, der auch antizipierbar meistens ist. Und da wurde das On Hour Bundle von der Surviving Sepsis Campaign eingefügt. Es wurde zwar nicht viel Stellung darauf bezogen, aber hauptsächlich darauf erwiesen, dass man eben diese Maßnahmen durchführen sollte, möglichst rasch, um eben einen Herz-Kreislauf-Stillstand auch rechtzeitig abzuwenden. Bei der Anaphylaxie interessanterweise gibt es dieses Jahr keinen eigenen Algorithmus, obwohl die Erzsitzung sehr viel neue Algorithmen eingefügt hat. Hauptsächlich natürlich auch daher, weil sich in dem E-Management eigentlich nicht wirklich etwas geändert hat. Ein paar zusätzliche Details vielleicht. Natürlich wird auch hier wieder der Stellenwert von Volumen hervorgehoben, diesen Polus, den man geben sollte. Andere Vasopressoren werden diesmal erwähnt, falls Adrenalin keinen gewünscht, nicht den gewünschten Effekt erzielt, vor allem eben, um die Vasokonstriktion voranzutreiben, wobei natürlich nach wie vor Adrenalin-Firstline ist bei der Anaphylaxie, vor allem auch die intramuskuläre Gabe. Falls es aber zu mehrfachen intramuskulären Injektionen gibt, dann wie auch schon beim letzten Update eben die Adrenalin-IV-Infusion anzudenken, auch über Perfuso zum Beispiel, allerdings eben nach wie vor nur für Experten. Ein anderes Detail, das diesmal auch deutlicher erwähnt worden ist, ist, dass der Routine-Einsatz von Steroiden und Antihistaminika nicht routinemäßig empfohlen wird, sondern individuell bestimmt werden soll und vor allem zum Beispiel Steroide bei Asthmatikern angewendet werden soll, wo das eine, oder auch bei einem obstruktiven Patienten, wo das einen Benefit bringt. Ansonsten hat sich auch seit dem letzten Update keine deutliche Evidenz dafür ausgesprochen oder gezeigt. Dementsprechend wird das diesmal auch nicht mehr routinemäßig empfohlen. dann hat sich die AC sehr viel eigentlich mit Hypothermie, mit dem Thema an sich beschäftigt und unter anderem diesen neuen Handlungsbaum der akzidentiellen Hypothermie gebracht, den werden wir jetzt aus Zeitgründen nicht im Detail durchgehen, aber das ist auf jeden Fall etwas, was man jetzt zwar auch in der Aussage nicht so viel Neues beinhaltet, aber natürlich ist trotzdem eine Neuigkeit so in den Algorithmus zu sehen und auch hier wieder im Detail die Rolle von ECPR als eine Möglichkeit ganz deutlich angeführt oder ECLS. Was sind hier die Schlüsselaussagen? Es gibt leider nicht zu allen Themen Schlüsselaussagen, aber zu den wichtigsten Neuerungen hat die ERC das formuliert und auch hier, weil es eben per se etwas Neues ist, hat das formuliert und da eben vor allem wichtig, dass man sich bei der Suche nach Vitalzeichen Zeit lassen soll. Für die Prognostizierung des Outcomes kann man den HOPE oder den I-Score in dem Fall verwenden und wie schon erwähnt die ECLS-Rolle hervorgehoben für den Hypothermen Kreislauf-Stil statt. Der Lawinenunfall wird nochmal genauer ein bisschen verändert dargestellt und in dem Zusammenhang auch der nächste Algorithmus, den man sehen wird, nämlich Hypothermie unter erschwerten Bedingungen, was zum Beispiel auch den Lawinen entschließen kann. Und da hat sich eine Änderung ergeben, in dem man wirklich diesmal den Anwendern auch die Möglichkeit gibt, alternierend CPR mit Stillstands zu verbinden, eben den möglichen Abtransport von so einem Patienten zu gewährleisten und das hat sich auch bisher, soweit man das eben feststellen konnte, nicht wirklich negativ ausgewirkt aufs Outcome, eben weil die Hypothermie die entsprechenden Voraussetzungen liefert, dass man auch mal eine Pause machen kann, was eben dann die Weiterbetreuung des Patienten bei schwieriger Rettung zum Beispiel gewährleisten kann. Natürlich gibt es dann auch zur Hyperthermie eine Stellungnahme, die gab es eh schon immer, diesmal auch hier wieder mit einem neuen Algorithmus versehen, wo man das verdeutlicht sich anschauen kann. Die Schlüsselaussage hier ist vor allem, dass die Zeit ein wichtiger Faktor ist und das natürlich mit der Kühlung des Patienten möglichst schnell begonnen werden soll, um dann die Weiterbetreuung zu forcieren. Also das ist auch zumindest eine grafische Neuerung. Die toxische Exposition ist auch noch mal genauer eingegangen worden, einerseits auf das Umfeld natürlich, wenn man in einer toxischen Umgebung vielleicht einen Patienten hat mit Herz- Kreislauf- Stillstand und wie man damit umgehen soll. Vor allem aber auch wurde zum Beispiel ohne in Detail darauf eingehen zu wollen eine Liste mit spezifischen toxischen Mitteln gezeigt und jeweils auch die Therapie davon. Das kann man also alles in der Guideline dann nochmal zusammengefasst nachlesen. und das ist jetzt auch an sich keine Neuerung, aber es ist einfach noch einmal besser aufbereitet worden von der RC dieses Mal. Im Krankenhaus ziehen sich ein paar Aussagen durch das ganze Kapitel hindurch, die wir nochmal genauer hervorheben sollten. Das eine ist natürlich, dass man in Hochrisikobereichen immer vorbereitet sein soll auf einen möglichen Herz- - - Herz-Kreislauf-Stillstand und das soll auch regelmäßig trainiert werden. Ganz klare Aussage, das hat auch schon mein Vorredner dazu gesagt, dass die Ausbildung und Weiterbildung natürlich auf diesem Gebiet ganz essentiell ist, um gutes Outcome zu erzielen und auch in diesem Kapitel wird das regelmäßig angeschnitten. Natürlich, wenn es möglich ist, soll man den Herz-Kreislauf-Stillstand abwenden, dazu auch eben einige Algorithmen mit den verschiedensten Ursachen. Vor allem ist aber auch hier wieder die Rolle von ECPR gestärkt worden, vor allem, wenn man die Möglichkeit im Krankenhaus hat, diese anzuwenden. Das sind jetzt eben ein paar der Hochrisikobereiche, wo es auch teilweise eigene Handlungsalgorithmen diesmal grafischer Natur gibt. Die Informationen dahinter sind eigentlich nicht wirklich neu, aber es ist eben nochmal genauer darauf eingegangen worden, wie man in den entsprechenden Bereichen und mit den entsprechenden Pathologien umzugehen hat. In dem Fall eben zum Beispiel die Koronatrombose erwähnt, auch da werden wir nicht im Detail darauf eingehen, aber es hat sich jetzt vom medizinischen Standard her nicht wirklich was getan. Auch hier wieder Schlüsselempfehlungen natürlich, wie schon erwähnt, die Übung, das Trainieren, das ist ganz wesentlich und es geht auch vor allem um die Früherkennung und die Abwendung des Ganzen. Dementsprechend sollte man eben bei entsprechenden Indikationen die Patienten regelmäßig observieren und auch mit Blutparametern zum Beispiel detektieren versuchen, dass da vielleicht eine Koronatrombose im Gange ist. Sonst gegebenenfalls auch das STEMI-Team aktivieren oder das STEMI-Code, je nachdem wie man das umsetzt im jeweiligen Krankenhaus und die möglichst frühe Reprosion natürlich auch anzustreben. In der Herzchirurgie natürlich als ein wesentlicher Hochrisikobereich im Krankenhaus für einen Herz-Kreislauf-Schulstand ist das auch noch einmal genauer definiert worden. Hier vielleicht noch eine Neuerung im Detail, dass bei frisch Herzoperierten nicht ein Milligramm Adrenalin gegeben werden soll. Da wird auch dezidiert geschrieben, dass das eigentlich zu vermeiden ist. Sehr wohl kann man es aber in niedrigeren Dosierungen detriert geben. Also man sollte jetzt nicht ganz davon Abstand nehmen, aber es ist zumindest die übliche Dosierung innerhalb der CPR-Situation bei dieser speziellen Patientengruppe nicht indiziert. Was was natürlich auch schon vorher erwähnt worden ist im ALS ein Teil, dass diese Dreischockstrategie, die beim letzten Update wieder erwähnt worden ist, diesmal ein bisschen abgeschwächter wurde, aber in der Herzchirurgie hat man sowohl die Möglichkeit, diese Dreischockstrategie zu applizieren, weil alle Voraussetzungen dafür erfüllt sind, eben, dass man einen monetierten Patienten vor sich hat, mit den D4-Elektroden angebracht oder zumindest parat am offenen Herzen und das ist einer der Patienten, der tatsächlich davon profitieren kann, wenn man es indiziert hat, dann natürlich auch bei entsprechenden Arrhythmien mögliches Spacing einzusetzen, reversibler Ursachen noch einmal hervorgehoben und die frühe Restianotomie ist hier auch erwähnt, um die mögliche Ursache rasch bekämpfen zu können. Gut, der Herzkatheter als ein eines der letzten Hochrisikogebiete, wo ein Herz-Kreislauf-Stillstand auftreten kann, auch hier in der wesentlichen Aussage nichts Neues, außer, dass das grafisch diesmal schöner auch untermalt worden ist. Asthma im Krankenhaus ist diesmal auch sehr detailliert erwähnt worden, da werden wir jetzt auch wieder aus Zeitgründen nicht genau darauf eingehen können. Es bezieht sich auch tatsächlich diese Handlung hauptsächlich natürlich auf Empfehlungen im Krankenhaus, das ist ein wesentlicher Punkt, aber ansonsten hat sich da jetzt auch nichts Wesentliches getan. Gut, ja, also, unterm Strich, viel Neues war es nicht, der im Detail erkennt man aber sehr wohl ein paar Änderungen, deswegen zahlt es sich sicher aus, die Guideline auch mal vielleicht genauer durchzulesen, dazu auch der Link hier, aber damit bedanke ich mich fürs Zuhören und wünsche noch viel Spaß beim letzten Teil des Updates. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bedanke mich sehr für die Einladung und dass ich für Sie diese neuen Reanimationsrichtlinien, die RC Guidelines 2021 hinsichtlich des Pädiatrischen Live-Supportes aufarbeiten durfte. Mein Name ist Miriam Boziewalnik, ich bin Oberärztin an der Kinderintensivstation des LKH Graz und darf Ihnen nun einen kurzen Einblick geben in die Kinderreanimationsrichtlinien, wie hier aufgeführt. Ein kurzer Überblick, eine Übersicht sieht so aus, dass die aktuellen Guidelines nicht nur die Reanimationsrichtlinien in Betracht ziehen und durcharbeiten, sondern dass es auch um das kritisch kranke Kind geht, um das Erkennen dieser Krankheitsbilder und wie wir diese behandeln können. Also es geht nicht mehr rein nur um die Reanimation, sondern auch um Szenarien davor, spezielle Indikationen, Peri-Arrest-Szenarien, die einen großen Stellenwert dazugewinnen. Ein kurzer Einblick geht dahin, wir kennen vielleicht oft die Situation, wir sind nicht jeden Tag mit einem Kindernotfall konfrontiert, sehen aber im notärztlichen Dienst ein kritisch krankes Kind und können das Primär nicht gleich auf den Punkt bringen. Wir denken uns oft, oh Gott, das Kind gefällt mir nicht oder haben einfach so eine Art Bauchgefühl. Das, was wir da empfinden, entspricht der Wahrheit und das ist abgebildet in diesen sogenannten Pediatric Assessment Triangles. Das heißt, man versucht genau diese Eindrücke, die wir da gewinnen, auf den Punkt zu bringen und die Reanimationsrichtlinien beschäftigen sich auch damit und empfehlen ganz klar, dass man sogenannte Assessment Triangles zur Hilfe nehmen soll, um diesen ersten Eindruck des kritisch kranken Kindes auf den Punkt zu bringen. Weiterführend sind diese bekannten ABCDE Schemata auch für die Kinder und Kindernotfälle anzuwenden und das wird da im Detail behandelt, sowohl für das Erkennen als auch für das Behandeln des kritisch kranken Kindes. Ich kann das nicht im Detail aus Zeitgründen durchgehen, aber um Ihnen einen Einblick zu geben, behandeln diese Richtlinien auch das respiratorische Versagen im Rahmen zum Beispiel vom Status Asthmaticus, die Anaphylaxie, kardiozirkulatorische Versagen mit der Sepsis und dem Schock, wo viel auf die Surviving Sepsis Compain von den Kindern eingegangen wird, aber auch Rhythmusstörungen werden behandelt, Elektrolytstörungen und auch neurologische Beeinträchtigungen mit dem Status Epilepticus, Stroke, Meningitis, Bewusstseinsveränderungen, Bewusstlosigkeit. Das heißt, all diese Krankheitsbilder werden auch im Detail mit medikamentösen Richtlinien sozusagen behandelt. Es geht um das Atemwegsmanagement um das Volumensmanagement, um vasoaktive Substanzen, die medikamentöse Behandlung einzelner Krankheitsbilder. Es wird auch Einfluss genommen oder Stellung bezogen auf sogenannte Drug Calculation Tools. Das heißt, in der Kinderheilkunde, bei der Kinderintensivmedizin müssen wir uns auf Gewichts oder Größen des Kindes beziehen und wie wir oft nicht alles im Kopf haben können, vom Säugling Neugeborenen bis zum jugendlichen Patienten, müssen wir uns sogenannte Tools zur Hilfe nehmen und auch da wird darauf eingegangen, dass das nicht nur erlaubt ist, sondern empfohlen ist mit den unterschiedlichen Tools, die sozusagen vorhanden sind. Und auch nicht nur in der Erwachsenenmedizin, sondern auch in der Kinderintensivmedizin, im Kindernotfall kriegt der Point of Care Ultrasound einen großen Stellenwert, der sich immer wieder in diversen Krankheitsbildern und dann auch in der Reanimation abbildet. Ich kann also nur allen nahelegen, weil ich jetzt nicht im Detail auf jedes Krankheitsbild eingehen kann, dass diejenigen unter euch, unter Ihnen, die notärztlich tätig sind, sich dafür interessieren, diese paar Seiten wirklich zugute führen, durchlesen, verinnerlichen, weil da wirklich ganz viel an wichtiger Information abgebildet ist. Gehen wir aber jetzt ins weitere Detail, wir gehen weg vom kritisch kranken Kind, wir gehen wirklich in die Reanimationssituation hinein und werden uns mit dem Basic Life Support des Kindes und dann mit dem Advanced Life Support des Kindes beschäftigen. Von welchen Altersklassen sprechen wir da? Wir sprechen also nicht vom Kind unmittelbar bei oder nach der Geburt, sondern wir besprechen die Neugeborenen der ersten vier Lebenswochen, das Säugling im ersten Lebensjahr und dem Kind bis zum 18. Lebensjahr. Kurz gesagt 0 bis 18 Jahre betrifft diesen Kinderreanimationsalgorithmus mit 15 Herzdruckmassagen und zwei Beatmungen im Rahmen der Reanimation. Die Guidelines sagen auch, wenn wir hinschauen, anyone who appears to be adolescent, kann mit dem Erwachsenenreanimationsalgorithmus reanimiert werden. Unser Thema jetzt sind die Kinder von 0 bis 18, aber wir exkludieren die Neugeborenen unmittelbar nach der Geburt. Da wird mein Kollege Dozent Schwaberger näher darauf eingehen. Die haben einen extriken Reanimationsalgorithmus, der ganz oben aufgeführt ist. Unsere Kinder 0 bis 18, PLS Algorithmus 15 zu 2. Wie schaut das jetzt im Detail aus? Wir beginnen, ein paar Dinge sind für Sie Wiederholung. Haben wir Sicherheit in der Situation für mich und für das Kind? Das ist immer das Erste, womit das beginnt. Reagiert das Kind auf Ansprache, auf Berührung? Und ich brauche eine zweite Person, einen Passanten, irgendjemanden, der mir hilft, um das Kind weiter zu versorgen. Wenn das Kind nicht reagiert, müssen wir die Atemwege öffnen. Da gibt es mehrere Varianten. Ich kann einerseits eine Hand zur Stirn, eine Hand zum Kinn, das Kinn anheben, den Atemweg anatomisch frei machen. Ich kann mit dem bekannten Esmach-Handgriff, den wir aus der Erwachsenenheilkunde kennen, sowohl beim Säugling, als auch beim kleinen Kind, als auch beim Jugendlichen anwenden. Ich beurteile die Atmung nicht länger als 10 Sekunden mit dem bekannten Sehen, Hören, Fühlen. Sollte das Kind eine normale Atmung aufweisen, bringen wir das Kind in die stabile Seitenlage, liegt aber keine Atmung oder keine normale Atmung vor. Man darf also keine Schnappatmung verkennen als suffiziente Atmung. Mein Kind vor mir hat keine oder keine normale Atmung und wir beginnen mit fünf initialen Beatmungen über je eine Sekunde. Wir achten darauf, hebt sich der Brustkorb. Sollte er sich nicht heben, müssen wir die Kopfposition adaptieren, gegebenenfalls sekret absaugen und starten mit der Beutelmasken Beatmung mit 100% Sauerstoff und da fließt bereits in die Basic Life Support Kriterien ein, dass wir diese Beutelmasken Beatmung zu zweit mit zwei Personen durchführen sollen. Das heißt, einer fixiert die Maske mit dem doppelten Zehgriff linke und rechte Hand und eine zweite Person beatmet. Das ist einfach eingeführt worden als Sicherheitsvariante, weil man weiß, dass die ersten Beatmungen oft nicht funktionieren, nicht suffizient funktionieren. Man ist nervös in der Situation, um möglichst gute Beatmungen durchführen zu können. Währenddessen und danach achten wir auf Lebenszeichen. Wehrt sich das Kind, beginnt das Kind zu atmen, hustet das Kind, zeigt das Kind irgendeine Abwehr. Sollte das nicht so sein und wir finden keine Lebenszeichen vor, beginnen wir mit 15 Herz Druckmassagen. Das ist auch bekannt und nicht verändert worden mit einer Frequenz von 100 bis 120 pro Minute im Bereich der unteren Hälfte des Sternums und wir komprimieren ein Drittel der Brustkorbtiefe. Links unten im Bild ist aufgeführt diese doppelte Daumentechnik im Bereich des unteren Sternums beim Säugling, beim größeren Kind die eine Hand Methode oder noch größeres Kind zwei Hände auf dem Brustkorb. Im Verhältnis 15 zu 2 15 Herz Druckmassagen zwei Beatmungen ganz wichtiger Stellenwert keine Unterbrechung bis Lebenszeichen vorhanden sind oder ich abgelöst werde durch anderes Personal und wenn ein AED verfügbar ist dann soll dieser auch bei Kindern angewendet werden Sollten Kinderbetts verfügbar oder vorhanden sein dann sollen auch diese angewendet werden Falls das nicht so ist würden die Erwachsenen Bettels geklebt werden Einen wichtigen Stellenwert in diesen Richtlinien bekommt auch der Notruf Disponent oder die Notruf Disponentin Warum Laien brauchen Unterstützung sowohl in der Initierung der Reanimation als auch in der Fortführung Das heißt Sie als Disponentin haben eine ganz wichtige Rolle die CPR für den Laien für den Passanten für das Personal vor Ort anzuleiten und fortzuführen und für Fragen zur Verfügung zu stehen Das kommt auch in den Reanimations Richtlinien ganz groß und wichtig heraus Ich darf Ihnen also ganz kurz den Basic Life Support für Kinder zusammenfassen Es beginnt immer mit Sicherheit Stimulation Ansprache Berührung Atemwegskontrolle wenn keine Atmung oder keine normale Atmung vorhanden ist fünf initiale Beatmungen über eine Sekunde Wir suchen Lebenszeichen Das Puls Tasten hat wie zuletzt auch einen niedrigen Stellenwert weil man weiß dass das die Initierung von Reanimations Maßnahmen von Herzdruck Massagen in die Länge zieht und gegebenenfalls nicht eingesetzt werden wenn man einen Puls annimmt obwohl keiner da ist Also auf Lebenszeichen achten wenn keine Lebenszeichen vorhanden sind Start der Herzdruck Massage im Verhältnis 15 Herzdruck Massagen zu zwei Beatmungen bei der Kinderreanimation Die Kompressionsfrequenz ist 100 bis 120 pro Minute und ein ARD soll in jedem Lebensalter eingesetzt werden Da war noch nicht wahnsinnig viel Änderung gehen wir aber nun weiter zum Advanced Life Support für die Kinderreanimation Das Layout hat sich ein bisschen verändert Wir beginnen aber so wie wir es in dem Basic Life Support bereits aufgeführt haben Der ALS baut auf auf den suffizient laufenden Basic Life Support Wir schließen einen Defibrillator an und führen eine Rhythmus Analyse durch Wie bisher auch unterscheiden wir jetzt einen Schockbahn von einem Nicht- Schockbahn Rhythmus Im Falle des Nicht- Schockbahn Rhythmus brauchen wir einen Venenzugang IV oder Intraosea und verabreichen so schnell als möglich Adrenalin in der Dosierung 10 Mikrogramm pro Milliliter maximal die Erwachsenendosierung 1 Milligramm und führen sofort die Reanimation fort für 2 Minuten mit dem Stellenwert hohe Qualität sowohl in der Beatmung als auch in der Herzdruckmassage mit möglichst wenig Unterbrechung möglichst wenig Hands-off Zeiten sowie auch bei der Erwachsenenreanimation Sollten Sollten wir uns in einem Schockbahn Rhythmus befinden wird der Schock wie bisher mit 4 Joule pro Kilogramm appliziert unmittelbar 2 Minuten weitere Reanimation gleich wie beim Nicht- Schockbahn Rhythmus auf hohe Qualität achten wenig Unterbrechungen und beim Schockbahn Rhythmus wird das erste Adrenalin nach dem dritten Schock verabreicht gleiche Dosierung 10 Mikrogramm pro Kilo maximal 1 Milligramm und als zweites Medikament kommt das Amiodaron dazu 5 Milligramm pro Kilo maximal 300 Milligramm Worauf müssen wir während der Reanimation achten Hohe Qualität das ist unsere Aufgabe als Notärztin als Notarzt Sanitäterin Sanitäter dass die CPR mit hoher Qualität durchgeführt wird die Beutelmasken Beatmung durch zwei Personen das heißt doppelter Zehgriff eine Person fixiert die Maske korrekt am Kopf adaptiert den Atemweg und die zweite Person beatmet das Ganze mit 100% Sauerstoff und wir wollen aber eine Hyperventilation vermeiden wir brauchen einen Gefäßzugang üblicherweise IV wenn das aber nicht gelingt ist die Alternative der Intraosere Zugang Adrenalin wenn initiiert wird alle drei bis fünf Minuten wiederholt und verabreicht und immer nachgespült mit einem Flasch an Volumen dass dieses Medikament wirklich in die Zirkulation eingeschwemmt wird Amiodaron wird nach dem dritten Schock beim Schockbahn Rhythmus und eine Wiederholung nach dem fünften Schock beim Schock Bahn Rhythmus wieder mit der gleichen Dosierung 5 Milligramm pro Kilo aber da mit der Maximaldosierung von 150 Milligramm die Atemweg Sicherung im Advanced Life Support bei Kindern während der Reanimation ist nach wie vor die Intubation der Advanced Airway und Anbringung einer Kapnographie Kapnometrie wenn das Kind intubiert ist geht die Herzdruckmassage und die Ventilation unabhängig voneinander das heißt asynchron durchgehende Herzdruckmassage und die Ventilation das ist jetzt angegeben in den Guidelines wo man sich ungefähr orientieren soll 25 Beatmungen pro Minute beim Säugling beim größeren Kind 1-8 Jahre 20 Ventilationen pro Minute und das Kind 12 Jahre mit 10 pro Minute die nächste Änderung betrifft den Schock wenn ich bei einem Therapie Refraktären Kammerflimmern oder Dachycardie wo ich mehr als 5 Schocks benötige ist es sozusagen möglich von diesen 4 Joule pro Kilo zu eskalieren bis 8 Joule pro Kilogramm das ist eine durchaus relevante Änderung in diesen neuen Guidelines Was alt und bekannt ist sind die reversiblen Ursachen sowohl für die Erwachsenenreanimation als auch für die Kinderreanimation ganz oberste Stelle und relativ rasch im Algorithmus zu beachten habe ich reversible Ursachen habe ich sie behoben kann ich sie noch weiter beheben oberster Punkt wichtigster Grund für den kindlichen Herz-Kreislauf- Stillstand ist die Hypoxie in zweiter Linie die Hypovolemie und dann kommen Elektrolytstörungen mit Hyperhypokalämie Calciämie Magnesiemie aber auch die Hypoglykämie und dann sowohl Hypo als auch Hyperthermie die HITS wie schon bekannt auch beim Kind als mögliche reversible Ursache Intoxikation Spannungsmarmotorax Pericard Tamponade oder Thrombose die ich recht rasch perzipieren muss und gegebenenfalls während der Reanimation behandeln muss Sollten wir einen Rosk wiedererlangen unser Kind einen Spontankreislauf wiedererlangen dann sagen die Guidelines ganz klar so wie beim kritisch kranken Kind am Beginn wir nehmen das ABCDE Schema um rasch zu evaluieren weiterführen zu stabilisieren und zu behandeln wir müssen die Beatmung sicherstellen wenn wir aus der Reanimationssituation heraußen sind dann würden wir den Sauerstoff titrieren mit einem Sättigungsziel von 94 bis 98 Prozent das ist auch eine Neuerung in den Guidelines und wir streben eine Normokabnie an also wir wollen das Kind weder hyperventilieren noch hypoventilieren und streben eben die Normokabnie an Nächste wesentliche Veränderung wir wollen unbedingt eine Hypotension nach dem Kreislaufstillstand vermeiden als Hypotension ist definiert unter der fünften Perzentile vom mittleren arteriellen Blutdruck und Ziel ist was wir anstreben wollen eine ungefähr die 50 altersentsprechende Perzentile jetzt hat aber niemand von uns die Blutdruckwerte der 50 Perzentile vom Säugling Neugeborenen oder Zehnjährigen im Kopf das heißt die Guidelines bilden auch da unten eingeblendet im Bild diese Normwerte ab das heißt auch das sollte ich irgendwo bei der Hand haben ob das elektronisch oder am Papier ist um mich ungefähr orientieren zu können niemand verlangt dass wir von einem Säugling diese Blutdruckwerte auswendig im Kopf haben was ist noch wichtig wir müssen und wollen auslösende Ursachen behandeln wir müssen uns über die Temperatur Gedanken machen was wir auf jeden Fall wollen in der Post Reanimations Phase ist Fieber vermeiden und dann obliegt es im weiterführenden Setting dem Intensivmediziner oder der Intensivmedizinerin ob man eine aktive Kühlung sozusagen fortführt wo man als Ziel 34 Grad Körper Kerntemperatur heranführen kann oder das Kind im Rahmen also bei 36 Grad Körper Kerntemperatur führt beides ist möglich beides ist in den Guidelines aufgeführt der wichtige Punkt ist aber Fieber in der Post Reanimations Phase zu vermeiden hinsichtlich der Elektrolyte wollen wir auch ausgeglichene Elektrolytlagen haben und achten vor allem auf die Glucose wir wollen weder eine Hypo- noch eine Hyperglykämie auch beim Kind gehen wir aber noch einmal zurück zu den Medikamenten Medikamente während und nach der Reanimation aber jetzt in erster Linie während der Reanimation kommen wir nochmal zurück zum L-Adrenalin beim nicht schockbaren Rhythmus die Dosierung ist immer die gleiche 10 Mikrogramm pro Kilogramm maximal 1 Milligramm nicht schockbarer Rhythmus die Applikation so schnell als möglich so schnell wie es mir machbar ist einen IV- oder Intra-Ausean Zugang anlegen und dann das erste Adrenalin verabreichen die Wiederholung ist alle drei bis fünf Minuten im schockbaren Rhythmus wird das erste Adrenalin nach dem dritten Schock verabreicht und dann ebenfalls alle drei bis fünf Minuten wiederholt im schockbaren Rhythmus das Amiodaron gleich wie das Adrenalin nach dem dritten Schock die erste Gabe eine einmalige Wiederholung nach dem fünften Schock und dann ist dieses Medikament sozusagen aufgebraucht und aufgesättigt ich kann Lidocain als Alternative zu Amiodaron verwenden mit der Dosierung ein Milligramm pro Kilo die Guidelines sagen ich soll dieses Medikament verwenden also entweder Amiodaron oder Lidocain mit dem ich die meiste Erfahrung habe und es bezieht sich aber auch darum oder darauf was vorrätig ist bei uns im österreichischen Raum ist Amiodaron vorrätig es gibt aber auch Länder wo das nicht vorrätig ist die würden dann Lidocain verwenden Atropin hat keine relevante Indikation beim kindlichen Herz-Kreislauf Stillstand und die weiteren Medikamente die relevant sind ist zum Beispiel Magnesium das hat keine Routineanwendung in der Reanimation außer bei einer dokumentierten Hypomagnesiamie oder bei einer Torsate Point Dachykatie Calcium ebenfalls keine Routineanwendung außer ich habe eine dokumentierte Hypokalciamie eine Intoxikation mit Kalziumkanal Blockern eine Hypermagnesiamie oder eine Hyperkaliämie bei Bikarbonat gibt es auch eine Änderung das hat keine Routineanwendung und bisher war es so dass bei länger dauernden Reanimationen oder bei schwerer Acidose und hemodynamischer Instabilität das empfohlen war die aktuellen Empfehlungen lauten so dass es keine Routineanwendung ist und eingesetzt werden soll bei Hyperkaliämie oder einer Intoxikation mit trizyklischen Antidepressiva das heißt die länger dauernde Reanimation ist keine automatische sozusagen Freigabeanwendung für Bikarbonat noch ein paar Worte zur Defibrillation wie bisher auch schon gehandhabt sollten hauptsächlich selbstklebende Pads bei den Kindern verwendet werden bevorzugt ist die anterolaterale Position aber alternativ stellen wir uns den kleinen Säugling vor da ist es nicht möglich die Pads anterolateral anzubringen da ist die Alternative ein anterior posteriorer Zugang die Pads beim Kind dürfen sich nicht berühren oder überlappen entsprechend kommt es dann oft zur Anwendung der anterior posterioren Position etwas was es bisher auch schon gegeben hat aber noch einmal explizit aufgeführt ist ist das Kind das monitorisiert ist monitorisiert einen Herz-Kreislauf- stillstand erleidet abflimmert oder eine pulslose VD hat dann habe ich die Möglichkeit diese Strategie nennt sich Stacked Shocks oder Three Shocks First Approach dass ich sofort bevor ich noch mit der Herzdruckmassage anfange wenn ein Defibrillator unmittelbar zur Stelle ist sofort drei Shocks abgebe und dann in das Reanimations Szenario übergehe beim Kind ist die ideale Schock Energie Dosierung nicht bekannt so ehrlich muss man sein die Empfehlungen gehen weiterhin dass man mit 4 Joule pro Kilo wie bisher auch starten soll sollten aber mehr als 5 Shocks bei einer Refraktären VD oder Kammerflimmer notwendig sein dann kann man den Schock eskalieren bis hin zu 8 Joule pro Kilogramm man würde natürlich niemals über die Erwachsenen Empfehlungen drüber gehen das versteht sich von selbst und ein wichtiger Punkt sind immer wieder aufgeführt keine Unterbrechungen kurze Hands-off Zeiten das heißt während des Ladevorgangs weitere Herzdruckmassage und erst bevor der Schock ausgelöst wird Hands-off und das Kind defibrillieren Ich darf für Sie zusammenfassen Der wichtigste Grund für den kindlichen Herz-Kreislauf Stillstand ist die Hypoxie die im Vordergrund steht Die Defibrillation startet mit 4 Joule pro Kilo kann aber eskaliert werden bis 8 Joule pro Kilo beim refraktären Kammerflimmern oder pulslosen VD Die endotracheale Intubation bleibt der Goldstandard für die Atemwegssicherung im pediatrischen Advanced Life Support Ich muss Atemwegsalternativen vorhalten und verwenden können Der Intrahusiäre Zugang gilt weiterhin als Alternativzugang zum IV-Zugang Medikamentöse Therapien so wie wir sie aufgeführt haben hauptsächlich Adrenalin und Amiodaron beim schockbaren Rhythmus und Adrenalin im nicht schockbaren Rhythmus Wir denken rasch an die reversiblen Ursachen behandeln diese während und nach der Reanimation und man muss ehrlicherweise sagen es gibt noch relativ wenig Evidenz für das Vorgehen beim positiv reanimierten Kind mit Spontankreislauf Was haben die Richtlinien etabliert? Es gibt sogenannte Poster und Key Messages die ich für Sie noch einmal aufführen möchte Was hat sich verändert? Der wichtige Punkt am Anfang das kritisch kranke Kind noch nicht reanimations pflichtig Wir sollen unbedingt diesen ABCDE Approach verwenden anwenden um das Kind zu erkennen das kritisch kranke Kind und auch entsprechend zu behandeln Ein ganz großen Stellenwert bekommt der Aspekt des Teamworks Wenn das Kind kritisch krank ist oder aber positiv reanimiert ist dann wollen wir den Sauerstoff titrieren mit einer Zielsättigung von 94 bis 98 Prozent Während der Reanimation gilt aber weiterhin Beatmung Oxygenierung mit 100 Prozent Sauerstoff Das kritisch kranke Kind im schockierten Zustand bei der Sepsis da gibt es eine große Änderung dass man weggeht von diesen 20 also vom Volumesmanagement von den 20 Milliliter pro Kilogramm sondern man sagt man startet mit 10 Milliliter pro Kilogramm Volumesmanagement einer kristalloiden Lösung soll dann evaluieren und sozusagen immer in diesen 10 Milliliter pro Kilogramm Schritten fortführen das soll aber nicht dazu führen dass man dem Kind Volumen vorenthält dass dieses braucht also auch weiterführend Kinder im Rahmen einer schweren Sepsis im Rahmen eines schwer schockierten Zustandsbildes können auch weiterhin bis zu 40 60 Milliliter pro Kilogramm Volumen brauchen und sollen dies auch bekommen aber man startet in kleineren Schritten und man soll sehr früh mit vasoaktiven Substanzen arbeiten Katecholamine in Otropika einführen das ist ganz klar aufgeführt und das betrifft den Punkt ganz am Anfang wo ich gesagt habe dieses kritisch kranke Kind ist in diesen Guidelines ganz gut aufgeführt septische Kinder wie man mit den entsprechenden Krankheitsbildern im Rahmen einer noch nicht Reanimations Situation umgehen soll für den Basic Life Support bei Kindern gilt der 15 zu 2 Algorithmus wenn ich trainiert bin und für den Advanced Life Support der entsprechende Algorithmus den wir jetzt durchgearbeitet haben es gibt dann noch weitere Key Messages Flow Charts die da aufgeführt sind die im Prinzip genau das durcharbeiten mit diesem ABCDE den Atemweg die Zirkulation betreffend und dann auch die Reanimations Situationen die sozusagen als Pocket Cards gedacht sind aber im Wesentlichen bin ich damit am Ende und bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit Schönen guten Abend liebe Kolleginnen und Kollegen es freut mich sehr dass ich das Thema Neugeborenen Life Support 2021 im Rahmen dieses AGN Sure Fix vorstellen darf mein Name ist Bernhard Schwaberger ich arbeite an den Neonatologischen und Pädiatrischen Intensivstationen an der Universitätsklinik für Kinder und Jugend Heilkunde in Graz es freut mich sehr dass ich bis zum Ende dabei geblieben sind dass sie sich auch für die Neugeborenen Versorgung interessieren sie sicherlich schon spät geworden mittlerweile und auf diese Weise ist es sehr schön dass sie wirklich Interesse an der Neugeborenen Medizin haben weil es natürlich auch in der Präklinik relevant sein kann sie ist zwar selten notwendig ein Neugeborenes wirklich entsprechend versorgen zu müssen aber umso seltener ein Ereignis ist umso besser vorab damit beschäftigt es gibt für jede Form eines Notfalles eine Strategie diesen Notfall oder dieses Szenario was angsteinflößend ist zu erledigen es kann so ein Device sein für uns in der Notfall Medizin wird es natürlich eher ein Algorithmus sein eine Handlungsempfehlung auf die wir dann in einer emotional schwierigen Situation zurückgreifen können auf diese Weise werden wir dann einen neugeborenen Notfall bestmöglich versorgen wenn wir eben den ERC Algorithmus für die neugeborenen im Kopf haben nachdem ich heute schon der letzte bin der sein thema vorstellen darf brauche ich auf die unterschiede oder auf die verschiedenen reanimations Algorithmen nicht wirklich eingehen wir beschäftigen uns jetzt mit dem neugeborenen Algorithmus die grenze zwischen neugeborenen und pediatrischen Algorithmus ist naturgemäß eher schwammig formuliert und der Hintergrund ist dass sich die Autoren und die internationalen nationalen gesellschaften eigentlich nicht einigen können für österreich gilt jedenfalls dass das Kind das neugeborene direkt nach der Geburt nach dem neugeborenen Algorithmus versorgt werden soll also das ist jenes Kind das im Kreißsaal zur Welt kommt und dort versorgt werden muss zum beispiel im Wochenbett also einige Stunden später wenn die Adaptation schon gut stattgefunden hat dann würde schon der pediatrische live support anzuwenden sein das heißt also für den Notarzt und für die Sanitäterinnen dass der neugeborenen Algorithmus wirklich nur dann anzuwenden ist wenn das Kind gerade geschlüpft ist wenn die Geburt gerade stattgefunden hat der John Marder der Erstautor der diesjährigen neugeborenen Leitlinien hat vor wenigen Tagen beim Kongress der ERC den Algorithmus erstmals vorgestellt und er hat von der Evolution but not Revolution gesprochen das heißt der Algorithmus ist jetzt nicht vollkommen anders als der Algorithmus von 2015 aber er hat sich doch an einigen Stellen verändert und es sind einige Dinge dazugekommen ein bisschen mehr ist dazugekommen wenn man sich den Algorithmus anschaut und aus Grazer Sicht natürlich sehr erfreulich dass wir auch einen Grazer Co-Autor dieser Leitlinien haben mit dem Bernd Urdlisberger dem Abteilungsleiter der Abteilung für Neonatologie in Graz und was mich besonders freut ist auch dass wir einige unserer Papers in diesen Leitlinien zitiert finden Ich habe bei den nun kommenden Folien alle Neuerungen mit diesen schwarzen Rufzeichen vor gelbem Hintergrund gekennzeichnet sodass man gleich sieht wo die Erneuerungen oder Neuerungen dieser diesjährigen Guidelines 2021 zu finden sind so wir werden jetzt den Algorithmus von oben nach unten abarbeiten wenn das chronologisch von Beginn der Geburt weg besprechen zu Beginn des Algorithmus findet man das Team Briefing und den Equipment Check natürlich wichtig dass das auch im grafischen Algorithmus sich widerspiegelt dann die Geburt und hier wird schon betont dass ein verspätetes Abnabel sinnvoll ist wenn es möglich ist das ist vor dem Hintergrund dass das verspätete Abnabeln zu einer Erniedrigung der Mortalität führt auch hämatologische Parameter sind verbessert und auch kardiozirkulatorische Stabilität ist besser gegeben und das vor allem bei Frühgeborenen deswegen in den neuen Leitlinien erste Neuerung es soll die Nabelschnur frühestens nach 60 Sekunden abgenabelt werden wenn das möglich ist und idealerweise wenn die Lungenbelüftung schon stattgefunden hat das heißt ich soll erst abnabeln wenn das Kind eigenständig zu atmen begonnen hat oder wenn es möglich ist ich das Kind bereits beatmet habe das gilt aber nur dann wenn das in meinem Setting eben wirklich möglich ist dort wo ein verzögertes Abnabel nicht sinnvoll erscheint kann man auch auf das Cord Milking zurückgreifen das Cord Milking ist das Melken der Nabelschnur mehrmaliges Ausstreichen der Nabelschnur zum Kind hin bevor man abklemmt und das ist natürlich dann schon früherzeitig möglich aber Achtung in den Leitlinien wird das Vorgehen nicht empfohlen bei Frühgeborenen unter der 28. Schwangerschaftswoche das liegt daran dass es eine rezente Studie in diesem Kollektiv gibt dass das Cord Milking zu einer erhöhten Mortalität bei den ganz kleinen Frühgeborenen führen kann ich werde versuchen bei diesem Vortrag auch immer wieder auf die Präklinik einzugehen die sich in den Leitlinien nicht immer gut abgebildet sehen und in Bezug auf die Präklinik und das Management die Nabelschnur betreffend ist zu sagen dass da natürlich die Hypothermie und das Hypothermierisiko was ich einfach in der Präklinik habe einen hohen Stellenwert einnimmt das heißt wenn ich mich für ein verzögertes Abnabeln entscheide muss aber sichergestellt sein dass ich durch das verzögerte Abnabeln keine Hypothermie auslöse also dass das Wärmemmanagement auch während dieser verzögerten Abnabelungszeit schon forciert werden kann kommen jetzt zum nächsten Punkt man sollte die Uhr starten sozusagen dass man eine Abgeruhr einschaltet dass ich weiß wie viele Minuten von der Geburt entfernt ich mich gerade befinde ich soll dann das Kind natürlich abtrocknen einwickeln stimulieren sehr wichtig und auch an den Wärmerhalt denken neu in diesen Richtlinien beziehungsweise in der grafischen Abarbeitung des Handlungsbaumes ist jetzt auch dass ganz links eine Spalte eingefügt wurde für die Frühgeborenen unter der 32. Schwangerschaftswoche und hier steht für dieses Kollektiv dass man sie in ein Plastik einwickeln sollte und wenn ein Wärmestrahler vorhanden ist das Kind auch nicht abtrocknen sollte weil sich dann unter dem Plastik so eine schöne warme feuchte Treibhausatmosphäre bildet das heißt Wärmemanagement über den ganzen Algorithmus wichtig und das spiegelt sich im Sinne dieses großen Pfeiles auf der rechten Seite wieder ganz klar in der Neonatologie bekannt und auch für die Präklinik essentiell umso kälter das Kind ist umso höher ist die Mortalität umso höher ist auch die Morbidität das heißt das Wärmemanagement ist natürlich ganz wichtig Stimulation auch ein ganz wichtiger Punkt ich möchte dass das Kind zu atmen beginnt ich weiß auch dass wenn das Kind spontan zu atmen beginnt selbst wenn es eine Atemunterstützung braucht diese Atemunterstützung dann besser sein wird mit anderen Worten ein Kind das überhaupt keine Spontanatmung zeigt ist auch viel schwerer zu beatmen deswegen die Stimulation in der ersten Minute ein ganz wesentlicher Faktor der eben den Atemantrieb steigert und auf diese Weise auch die Sauerstoffsättigung steigern wird ganz klar in Bezug aufs Wärmemanagement noch einmal das Abtrocknen und das Einwickeln in Plastik da werden wir sehen dass es da andere Überlegungen für die Präklinik gibt dann die Normothermie definiert so zwischen 36,5 und 37,5 Grad Celsius in erster Linie rektal gemessen und die Stimulation wird von den ERC noch einmal ganz entscheidend betont jetzt wieder meine Überlegungen und Überlegungen in Bezug auf die Besonderheiten der Präklinik die Hypothermie ein ganz wesentlicher Faktor wie gesagt in der Präklinik haben wir jetzt eine Situation wo wir keinen Wärmestrahler haben das heißt wir müssen das Kind zwar auch mit Plastik einwickeln aber wir sollten das Kind trotzdem vorher abtrocknen um die Verdunstungskälte zu reduzieren und das gilt jetzt für die Präklinik nicht nur für die ganz kleinen Frühgeborenen sondern auch für die späteren Frühgeborenen bis zur 37. Schwangerschaftswoche und möglicherweise auch vorteilhaft für alle Reifgeborenen dass man sie auch in den Plastik einwickelt es wird betont dass das Skin-to-Skin Kontakt sinnvoll ist also zum Wärmeerhalt auf die Mutterbrust legen das nennt man auch die Känguru-Methode und da gibt es immer sozusagen dann die Diskussion mit dem Fahrer ob das wirklich die beste Möglichkeit ist denn das Neugeborene zu transportieren aber jetzt vom Wärmeerhalt gesehen wäre das eine optimale Transportmöglichkeit wie wichtig diese Hypothermie Prophylaxe oder alle Maßnahmen die eben einer Hypothermie entgegenwirken sollen sind zeigt diese kleine Fallseher aus Graz das sind alles Neugeborene die vom Notarzt versorgt wurden die wirklich auch eine Beatmung oder sogar Herz Druckmassage benötigten und dann an der Neonatologie in Graz aufgenommen werden mussten und wenn man da auf die Temperatur schaut dann waren die Kinder schon wirklich sehr hypotherm im Durchschnitt bei 32 Grad Celsius die niedrigste gemessene Temperatur ist sogar bei 28 Grad gelegen also ein ganz wesentlicher Faktor der nachweislich auch wirklich die Mortalität beeinflusst ist diese Hypothermie jetzt geht es weiter jetzt geht es darum das Kind zu beurteilen da muss man gleich vorweg sagen der Abgascore hat in der Akutsituation um die Reanimation zu steuern überhaupt keinen Stellenwert er ist retrospektiv von Bedeutung weil ich natürlich den Abga in der Dokumentation dokumentieren muss aber für die Akutsituation hat man sich geeinigt dass drei Parameter entscheidend sind einerseits der Muskeltonus andererseits die Atmung und als drittes und ganz wesentlicher Punkt auch die Herzfrequenz ERC hat so Grafiken jetzt in die Leitlinien genommen wo man die drei Patientengruppen sieht mit denen man es zu tun haben könnte ganz oben dargestellt sind jene Neugeborene die eine schnelle Herzfrequenz haben also über 100 die eine gute Atemarbeit zeigen sichtbare Thorax Exkursionen zeigen und auch einen guten Muskeltonus zeigen das ist natürlich die häufigste Variante das sind Kinder die relativ wenig Unterstützung von uns brauchen abtrocknen einwickeln und im Großen und Ganzen war es das dann dann gibt es die zweite Gruppe das sind jene die eine Pradikatie haben so im Bereich von 60 bis 100 zunächst initial die noch keine gute Atmung zeigen wo die Thorax Exkursionen vielleicht noch nicht vorhanden sind und die auch vom Muskeltonus her reduziert sind das sind Kinder die ganz sicher eine Beatmung oder Atmunterstützung brauchen 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 sich aber meistens im Verlauf gut entwickeln werden da ist ganz wichtig dass man ganz akut am Anfang die richtigen Maßnahmen setzt und da wird nach wenigen Minuten das Problem großteils möglicherweise schon behoben sein und die dritte Gruppe das ist eine ganz seltene Gruppe eigentlich die eine sehr langsame Herzfrequenz haben unter 60 eine Apnoe zeigen also keine Atmung haben und die als floppy infant also als ganz schlaffe Kinder sich präsentieren die Kinder werden natürlich am meisten Unterstützung brauchen bei diesen Kindern kann es bis zur Reanimation mit Herzdruckmassage und eventuell auch Medikamentengabe gehen zu jedem Zeitpunkt sollte man sich fragen brauche ich Hilfe wer kann mir helfen wie schnell kann Hilfe zu mir kommen der Assistenzarzt an der Klinik wird den Oberarzt rufen der Sanitäter wird auf das Eintreffen des Notarztes warten und der Notarzt kann sich aber auch Hilfe holen im Sinne des neonatologischen Intensivtransports der in der Steiermark vorhanden ist in Graz und Leoben und auch in die Präklinik grundsätzlich ausfahrt und zukünftig eben auch sehr früh schon alarmiert werden sollte zusammenfassend in diesem Bereich weist die ERC also darauf hin dass eine inadäquate Atmung im Sinne von Apnoe oder Schnappatmung immer ein rasches Handeln erfordert immer eine Beatmung oder zumindest Atemunterstützung erfordert dann dass die Herzfrequenz ein ganz wesentlicher Marker ist als Indikator für die Oxygenierung also wenn ich ein pradikades Kind habe und dieses beatme sollte die Herzfrequenz auch ansteigen sonst muss ich die Ventilation die Suffizienz der Ventilation natürlich hinterfragen und auf das Monitoring wird ja auch hingewiesen ein Pulsoximeter sollte Standard sein ein EKG hilft sehr bei sehr schlechten pradikalen Kindern um Herzfrequenz und Oxygenierung zu beurteilen wie geht es im Algorithmus weiter wenn das wenn die Atmung inadäquat ist muss man den Atemweg öffnen da haben die neuen Leitlinien diese zwei schönen Grafiken auf der einen Seite ist natürlich die Neutralposition jene Position in der der Atemweg geöffnet ist links dargestellt die Flexion rechts dargestellt die Extension also die Neutralposition oder Schnüffelstellung im Deutschen wo wirklich die Maske die ich an den Mund des Kindes presse Mund und Nase des Kindes presse wirklich parallel zur Unterlage sein sollte und unten die zwei Bilder dargestellt das ist der Esmach Atemgriff der Jawlift auf Englisch der auch die Vergrößerung des pharyngealen Raumes erreicht das ein ganz essentieller Mechanismus auch bei der Maskenbeatmung dass ich sozusagen das Unterkiefer zur Maske hin anhebe auf diese Weise wird der Atemweg geöffnet und auf diese Weise wird eine Ventilation möglich sein Wie geht es weiter beim Kind das jetzt Schnappatmung oder keine Atmung zeigt muss ich diese 5 Inflations 5 Beatmungen initial durchführen diese sind noch immer über 2 bis 3 Sekunden Leitlinien konform durchzuführen jetzt mit einem Beatmungsdruck von 30 Zentimeter Wassersäule das ist 5 mehr als bei den Leitlinien 2015 für die Präklinik spielt das weniger Rolle weil ich den Beatmungsdruck ja ohnehin bei der Maskenbeutel Beatmung nicht messen kann diese 5 Inflations sollen jetzt über 2 bis 3 Sekunden gegeben werden danach sollte die Herzfrequenz re-evaluiert werden wenn diese angestiegen ist ist das ein gutes Zeichen dass die Ventilation wirklich erfolgreich war wenn ich unter der Beatmung kein ansteigen der Herzfrequenz sehe sollte ich schauen ob sich der Thorax hebt oder nicht und wenn das nicht der Fall ist dann sollte man diese 5 Inflationen wiederholen wie wir gleich später sehen werden bezüglich des Beatmungsdrucks gibt es jetzt die Empfehlung bei frühgeborenen unter 32 Schwangerschaftswochen 25 cm Wassersäule zu verwenden auch das sind 5 cm Wassersäule mehr als zuletzt und auch das ist für die Präklinik jetzt nicht wirklich hilfreich weil wir wie gesagt das ja nicht messen können neu ist auch dass jetzt gesagt wird diese initiale Beatmung sollte innerhalb der ersten 60 Sekunden nach der Geburt gestartet werden in alten Leitlinien hat es geheißen in Sekunde 30 sollte mit der Beatmung begonnen werden jetzt sagt man innerhalb von 60 wäre es sinnvoll das heißt man hat vielleicht ein bisschen mehr Zeit noch um von der Geburt weg wirklich das Kind vor Wärmeverlust zu schützen zu stimulieren und entsprechend zu versuchen dass die Spontanatmung eben suffizient einsetzt bevor man wirklich mit der Beatmung startet was ist da wieder für die Präklinik relevant und noch eine Spitzfindigkeit Inflationen und Ventilationen werden da jetzt in den neuen Richtlinien unterschieden diese Inflationen sind jene die über zwei bis drei Sekunden zu halten sind theoretisch mit einem höheren Atemwegsdruck zu applizieren sind die man fünfmal gibt und dann eventuell fünfmal wiederholen könnte aber alle weiteren Ventilationen werden die dann genannt die sollten dann über eine Inspirationsdauer kleiner einer Sekunde erfolgen und die sind auch vom Druck her dann nicht mehr ganz so hoch anzusetzen das heißt eine Unterscheidung in der Nomenklatur zwischen Inflationen und Ventilationen da bin ich schon neugierig wie das die deutschen Übersetzer in die deutschen Richtlinien übertragen weil im Deutschen gibt es nicht so gute Unterscheidung eigentlich und und dann ganz wichtig für die Präklinik relevant ist dass ich diese Play Manöver wenn man es so nennen möchte wobei es nur über zwei bis drei Sekunden die Inspirationszeit ist dass ich die mit der Maskenbeutel Beatmung die ja der Standard in der Präklinik noch ist oft nur sehr schwer durchführen kann also bei einem relativ hohen Masken wie man es beim Neugeborenen in so einer stressigen Situation häufig haben wird wird man nicht so gut halten können möglicherweise und dann würde es sich wahrscheinlich empfehlen es steht jetzt so nicht in den Leitlinien aber dass man kürzere aber effektive Beatmungen häufiger durchführt auch in der initialen Phase das heißt man starte mit dem mit der Atemunterstützung sobald erkannt wurde dass die Atmung insuffizient ist das Monitoring mit Puls Oxymeter und EKG wird hier noch einmal betont und die Wichtigkeit dass die Herzfrequenz und die Thorax Hebungen und auch die Qualität der Atmung die weiteren Reanimations Schritte entsprechend steuert Ein wichtiger Punkt der im Handlungsalgorithmus jetzt nicht abgebildet ist ist im Prinzip 2015 ähnlich auch schon gesagt worden ist dass dieser Meconium Algorithmus den es früher gegeben hat dass der nicht mehr existent ist das bedeutet ein Kind das möglicherweise im Meconium aspiriert hat wird ganz gleich versorgt nach den gleichen Handlungsempfehlungen wie entsprechend ein Kind ohne missfärbigen Fruchtwasser und ohne Aspiration das heißt kein Absaugen wenn es keine offensichtliche Atemwegsverlegung durch Sekret gibt vor allem auch nicht ein Endotracheales einstellen sondern Start der Beatmung ab dem Zeitpunkt wo sie möglich und indiziert ist das bedeutet auch dass das Endotracheale Einstellen so wie es früher durchgeführt worden ist wirklich vom Tisch ist weil es einfach gute Studien gibt dass die Asphyxie relevanter ist als die Meconium Aspiration die Kinder die Neugeborenen die sterben heutzutage nicht oder nur mehr ganz selten an einer Meconium Aspiration und die Asphyxie ist natürlich ein Leben lang relevant oder kann zum Tode führen gut jetzt gehen wir mit dem Algorithmus weiter da steht dann ein Punkt für Frühgeborene man sollte einen C-BAP erwägen also eine Atemunterstützung mittels C-BAP und das ist in der Präklinik wiederum sehr schwer umsetzbar wir haben Beutelmasken Beatmung mit Piepventil möglicherweise so wie dargestellt dieser Darstellung übrigens sollte man das Überdruckventil natürlich öffnen wenn man damit am Neugeborenen hantiert Bezug auf das Piepventil ja das Piepventil ist in der Lage am Ende der Expiration einen gewissen Druck in den Lungen zu halten man weiß dass man es ein bisschen höher einstellen sollte um einen empfohlenen Piep von 5 bis 6 zu erzielen müssen aber das große Problem ist dass der C-Bab ja an sich eine Atemunterstützung des spontan atmenden Kindes ist und ein Neugeborenes mit Atemnot spontan am Beutel so ein Kind an den Beutel zu nehmen dass er spontan am Beutel atmet das ist nicht möglich weil im T-Stück ein Ventil drinnen ist dass die Kinder nicht öffnen können der inspiratorische Flow in der Atemnot Situation des Neugeborenen reicht möglicherweise nicht dieses Ventil zu öffnen auf diese Weise würde das Kind an der Maske als spontan atmendes Kind ersticken und was man dann machen muss ist natürlich eine assistierte Beatmung also man muss den Beutel zusammendrücken um Luft oder auch Sauerstoff in das Kind zu beatmen in der Phase der Inspiration also es erfordert eine Synchronisation mit der Eigenatmung meine assistierte Beatmung und nur so kann ich an sich das Beepventil beim spontan atmenden Kind nutzen also kein echter C-PAP aber eine Atemunterstützung in Form einer assistierten Beatmung mit Beepventil ist möglich was ist mit dem C-PAP über die Respiratoren die Notfalls Respiratoren die auf den Notfallwegen vorhanden sind das muss man ganz klar ablehnen diese Devices sind nicht zugelassen fürs Frühgeborene und Neugeborene und das funktioniert nicht entsprechend das darf man also bei den meisten Respiratoren nicht machen was gäbe es noch es gäbe noch die DB Systeme die man auch innerklinisch verwendet die funktionieren gut die sind präklinisch noch nicht etabliert es gibt jetzt Hersteller die auf den Markt gekommen sind mit Einmalprodukten die scheinen gut zu funktionieren es gibt aber noch keine Studien die belegen dass das gut funktioniert man weiß noch nicht wie Sanitäter mit so etwas umgehen würden und da muss man die Forschung noch ein bisschen abarbeiten bis man das wirklich einführen kann in der Präklinik wir selber machen auch gerade eine Studie die helfen soll dass man diese Devices in die Präklinik bringen weil aus unserer Sicht das sehr sinnvoll wäre gut Key Evidence und die wichtigsten Messages von ERC die meisten Babys die brauchen wenig Unterstützung maximal ein bisschen eine Atemunterstützung das Öffnen des Atemweges das sind so die häufigsten Maßnahmen die meisten Kinder brauchen nicht wirklich mehr die das Atemwegs Management und gegebenenfalls bei Sekret einmal ein einmaliges Absaugen beispielsweise das sind Maßnahmen die häufiger notwendig sind alles was darüber hinaus geht eher selten das C beim Frühgeborenen sinnvoll aber in der Präklinik schwer umsetzbar und die meisten Kinder da reicht es eigentlich wenn man ihnen Sauerstoff oder Luft anbietet also mit 21% Sauerstoff wie wir gleich sehen werden das heißt wie geht es weiter wenn ich jetzt sehe dass sich der Brustkorb nicht hebt bei der Ventilation dann sind die diversen Maßnahmen zu treffen um eben das Atemwecks Management zu verbessern die Zweihelfermethode Maskenwechsel Kopfposition Esmach Handgriff und diese Dinge die wir teilweise schon angesprochen haben das Absaugen eher zurückhaltend einsetzen aber wenn notwendig natürlich unter Sicht absaugen die Larynx Maske wird erwähnt wobei in dieser Altersklasse insgesamt trotzdem noch relativ wenig Erfahrung besteht die Tracheale Intubation für den Erfahrenen der durchschnittliche Notarzt wird jetzt in der Intubation von Neugeborenen insbesondere von Frühgeborenen wahrscheinlich nicht besonders erfahren sein insofern kann man das in diesem Setting ein bisschen zurückhaltender propagieren das heißt wenn die Beatmung über die Maske halbwegs funktioniert wenn die anderen Manöver dazu führen dass die Beatmung gut funktioniert dann ist die Endotracheale Intubation zu diesem Zeitpunkt nicht unbedingt notwendig und erstmals auch im Algorithmus steht drinnen dass man auch einmal den Inflationsdruck erhöhen könnte wenn sich sonst der Thorax nicht entsprechend hebt hier noch einmal der Hinweis wenn ich re-evaluiere sollte ich mir die Herzfrequenz anschauen wenn die gut ansteigt dann ist dies ein gutes Zeichen auch wenn ich nicht ganz sicher bin ob sich der Thorax entsprechend hebt wenn ich keinen Herzfrequenz Anstieg sehe muss ich natürlich alles so verbessern dass sich des Kindes dann wesentlich verbessern wird jetzt kommen wir zu dem Thema wie viel Sauerstoff biete ich an wie viel Sauerstoff gebe ich am Anfang bei den initialen Beatmungen da gibt die ERC jetzt vor dass Luft ausreichend ist bis so zur 31. Woche ungefähr also beim Reifgeborenen startet man ganz sicher mit Luft beim späten Frühgeborenen startet man ganz sicher mit Luft dann gibt es so einen Bereich wo man sich nicht ganz festlegen möchte bei sehr kleinen Frühgeborenen unter 28 Schwangerschaftswochen wäre entsprechend 30% empfohlen dann gibt es nach wie vor diese Sättigungsziele die haben sich ein bisschen verändert im Vergleich zu den Leitlinien 2015 hier hat man jetzt nur mehr drei Zeitpunkte 2, 5 und 10 Minuten mit 65, 85 und 90 Minuten und da ist sicherlich der relevanteste Wert der 5 Minuten Wert da sollte man einfach anstreben 85% über pulsoximeter gemessene Sauerstoffsättigung zu erzielen man weiß nämlich Kinder die unter 80% sind bei 5 Minuten haben eine erheblich erhöhte Mortalität das heißt im weiteren Verlauf werde ich das Sauerstoff Angebot so titrieren dass ich diese Sättigungsziele erreiche es kommt wieder das große aber wie mache ich das in der Präklinik in der Präklinik habe ich nur den Beutel zur Hand da habe ich nur einen Sauerstoff den ich über den Flow regulieren kann da hatten wir eine Studie durchgeführt die zeigt wie schlecht eigentlich eine Titration in der Präklinik möglich ist wenn ich jetzt den Sauerstoff nicht anschließe werde ich natürlich 21% applizieren wenn ich einen Beutel verwende keinen Reservoir Sauerstoff anschließe und da nur einen Liter pro Minute Sauerstoff anschließe bin ich dann schon bei etwa 60% bei den üblichen Titelvolumina und bei der üblichen Frequenz das heißt im Bereich zwischen 20 und 60% kann ich eigentlich nicht wirklich titrieren das heißt was mache ich bei den kleinen Frühgeborenen da bin ich der festen Überzeugung dass es sinnvoller ist 63% einzusetzen also Sauerstoff ein bisschen aufzudrehen vielleicht kein Reservoirschlauch zu verwenden als mit Luft anzufangen in der Präklinik wird die Beatmung vielleicht nicht ganz so gut funktionieren in der Präklinik werden die Frühgeborenen möglicherweise in einem schlechteren Zustand geboren man weiß mittlerweile dass erhöhte Sauerstoff Konzentration auch dazu führt dass die Stimmlippen erst aufgehen also das ist jetzt nur eine persönliche Meinung ich würde bei kleinen Frühgeborenen durchaus mit 60% starten auch wenn sich das so derzeit nicht in den Leitlinien findet noch einmal ganz wichtig diese Sättigungsziele eben entsprechend sich zu merken und entsprechend bei Atemwegs Problemen auf die bekannten Maßnahmen zurückzugreifen also Zweihelfermethode Absaugen Larynxmaske eventuell Güdeltobus ist bei Neugeborenen eine Möglichkeit aber man weiß dass das die Obstruktion auch erhöhen kann und Intubation für den Erfahrenen So wie geht es in diesem Algorithmus weiter kommen jetzt zu jenem Punkt wo meine Maßnahmen dazu geführt haben dass die Ventilation suffizient ist über 30 Sekunden zumindest und in diesem Zeitraum die Herzfrequenz aber nicht entsprechend gestiegen ist also unter 60 pro Minute persistiert dann sind weitere kaliozirkulatorische Maßnahmen notwendig im Sinne von Herzdruckmassage die Herzdruckmassage ist nach wie vor im Verhältnis 3 zu 1 zu führen erstmals steht ganz klar dass selbst bei Intubation diese Koordination zwischen Herzdruckmassage und Ventilation durchgeführt werden soll also nicht wie beim Erwachsenen auch vor dem Hintergrund dass man Duben hat die ja nicht kaufbar sind in aller Regel soll man das 3 zu 1 Verhältnis auch beim intubierten Kind fortführen Neues auch dass man sagt auf 100% Sauerstoff fix drehen sobald ich mit der Herzdruckmassage anfange und hier wird auch noch einmal die Intubation ins Spiel gebracht ist natürlich sinnvoll aber nur für den kompetenten erfahrenen Provider und in solchen Situationen in der Präklinik in so einer Situation kann man natürlich nicht davon ausgehen dass dort ein sehr erfahrener neugeborener Intubateur diesen Notfall handeln muss alle 30 Sekunden wird Herzfrequenz spätestens wieder beurteilt und es wird von den Leitlinien her ganz klar betont dass eine Herzdruckmassage nur dann zielführend ist wenn eine Ventilation im Suffizient durchgeführt werden kann wenn die Herzfrequenz trotz Herzdruckmassage und Suffizienter Ventilation nicht ansteigt und sehr niedrig unter 60 bleibt dann ist der Zeitpunkt gekommen wo man über einen Zugang nachdenken muss der Zugang kann jetzt das ist neu in den Leitlinien nicht nur über den Nabelmenenkatheter erfolgen sondern es ist erstmals jetzt auch der Introsere Katheter genannt die Neonatologen bevorzugen da eher natürlich den Nabelmenenkatheter aber für den erfahrenen Notarzt oder im Umgang mit dem Introsere Bohrer erfahrene Notarzt wird dieser wahrscheinlich eher zu den Introseren Devices greifen was ist zu den Medikamenten zu sagen Adrenalin ist nach wie vor auch in der Neugebohrermedizin das Medikament Nummer 1 nach wie vor in der Dosierung 10 bis 30 Mikrogramm in den neuen Leitlinien gibt es ein Revival der Intratrachialengabe also die wird jetzt wieder erwähnt und erstmals in den Leitlinien ist auch definiert wie oft man Adrenalin geben sollte nämlich zwischen 3 und 5 Minuten sollte es wiederholt werden das entspricht also den pediatrischen und auch den Erwachsenen Guidelines findet sich aber hier in den neugeborenen Leitlinien nun zum ersten Mal ist aber nicht mit Evidenz begründet sondern als Angleichung an alle anderen Algorithmen mehr oder weniger und eine weitere Neuerung ist dass erstmals auch Glukose als Medikament während der Reanimation geführt wird das liegt daran dass Frühgeborene durchaus zu Hypoglykämie neigen auch Reifgeborene mit mütterlichen Diabetes beispielsweise und in protrahierten Situationen wenn ein Zugang gelegt wird sollte ich dann entsprechend auch Glukose applizieren ein weiterer Punkt genauso wie in allen Algorithmen ist dass man reversible Ursachen erwägen sollte oder entsprechend beispielsweise einen Pneumotorax oder eine Hypovolemie evaluieren und entsprechend therapieren sollte und an kongenitale Missbildungen ist beim Neucheporten natürlich auch immer zu denken beispielsweise eine Zwerchfellherne oder dergleichen das letzte Punkt des Algorithmus ist das Gespräch mit den Eltern und auch das Gespräch mit dem Team was kann man besser machen was ist nicht optimal gelaufen das spiegelt sich auch im Algorithmus wieder und jetzt noch eine letzte Neuerung dieser neuen Leitlinien in den alten Leitlinien ist ganz klipp und klar gestanden Asystolie über 10 Minuten da kann man abbrechen da ist ein weiterführende Reanimationsmaßnahmen zwecklos das haben sie jetzt anders definiert sie schreiben jetzt wenn über 10 bis 20 Minuten meine intensiven Reanimationsmaßnahmen zu keinem Erfolg führen dann soll man mit den Eltern und mit dem Team das Beenden der Maßnahmen diskutieren weil einfach bei diesen Kindern die Prognose sehr 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 schlecht sein wird selbst wenn sie überleben da ist von der Formulierung her eine Änderung damit bin ich schon am Ende und komme zu den 5 Top Messages der ERC den neugeborenen Algorithmus betreffend haben wir mal das Delayed Cord Clamping also das verzögerte Abnabeln das man erwägen sollte insbesondere auch beim Frühgeborenen wie gesagt für die Präklinik mögen da andere Überlegungen in Bezug auf die Hypothermie vorrangig sein und das Cord Milking vielleicht ein Thema sein dann wichtiger Punkt das Kind trocknen wärmen stimulieren Stimulation wie gesagt ganz essentiell dann bei Kindern eben entsprechend Atmung und Herzfrequenz und Muskeltonus erheben und da noch einmal der Hinweis dass wirklich die Herzfrequenz ein ganz wesentlicher Faktor ist und auf den man sich auch konzentrieren sollte aus diesem Grund sollte man eben auch Pulsoximeter und idealerweise auch EKG-Beinen schlecht adaptierenden Kindern einsetzen vierter Punkt den sie erwähnen ist dass das Atemwegsmanagement und die Beatmung ganz im Fokus liegt und dass diese Maßnahmen meistens alle Probleme behebt also die Luft muss in die Lunge sagt man so schön das ist das Wesentliche und alles weiterführende die Herzdruckmassage oder die Medikamentengabe ist nur in einem ganz kleinen Prozentsatz der Neugeborenen notwendig und nur dann eben wenn trotz suffizienter Ventilation die Herzfrequenz wirklich niedrig bleibt ich danke dafür dass sie bis zum Ende dabei waren danke für das Interesse an den Neugeborenen ich stehe gern für Fragen auch über E-Mail zur Verfügung werde auch versuchen möglicherweise auf Facebook folgst da in den Kommentaren Fragen zur Neugeborenen Algorithmus sind diese möglicherweise ein bisschen zeitverzögert zu beantworten und danke für die Aufmerksamkeit Ja vielen Dank allen Vortragenden und für diese sehr ausführlichen und umfassenden Darstellungen wir sehen viel epochal Neues hat sich nicht getan es bleibt eigentlich ziemlich viel wichtiges beim Alten wichtig ist die Herzdruckmassage wichtig ist frühmöglich Strom die Herzdruckmassage und auch wie man sieht ein Airway Management deswegen sollten wir nach trachten dass Notärztinnen und Notärzte unterwegs sind die die 97% beim zweiten Versuch erfüllen weil eine suffiziente Beatmung meiner Meinung nach ebenfalls essentiell ist am meisten hat sich glaube ich getan bei den Neugeborenen und Kindern auch hier noch vielen Dank an unsere Vortragenden ihr habt gesehen in den Chats sind die meisten Fragen schon beantwortet sonst wurden auch E-Mail Adressen angeboten also man kann auch hier Fragen stellen und Antworten suchen ansonsten noch einmal danke allen Vortragenden allen Organisatoren und ich wünsche einen schönen Abend noch und bis zum nächsten AGM Dienstag im Mai schönen Abend noch danke AGM Dienstag Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.